Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen zu diesem etwas ernsteren Video. Ich habe mir gedacht, ich mache dazu mal ein Video, weil in letzter Zeit ich lese so viel Verschiedenes, ich sehe so viel Verschiedenes, bin durch die Gänge gelaufen im Supermarkt, alles war leer. Die Leute beschränken sich auf Dinge, die sie kaufen, die völlig unnütz sind teilweise und nützliche Dinge werden dann manchmal vergessen. Ja, ich möchte einfach so ein bisschen aufräumen, so ein bisschen Ruhe reinbringen und so ein bisschen einfach Aufklärungsarbeit leisten. Ja, hier auf diesem YouTube-Kanal geht es normalerweise um Technologie, um 3D-Drucker etc. pp. Und ja, auch diese können in dieser Krisenzeit bestimmt durchaus nützlich und hilfreich sein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in aktueller Situation beschränken sich die Leute auch finanziell eher auf die Mittel oder auf die Produkte, die zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll sind. Und ich glaube kaum, dass aktuell die Leute rausrennen und 3D-Drucker wie wild kaufen, sondern ich glaube aktuell, dass die Leute eher ihr Geld nutzen, um sinnvollere Dinge zu kaufen, die zum Leben notwendig sind. Und dementsprechend mache ich hier auch dieses Video, damit ihr einfach die Produkte für euch kaufen könnt, die tatsächlich sinnvoll sind, auch hier nach diesem Plan. Denn ich habe hier mir etwas ausgedruckt. Ich habe auch euch das PDF unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Einmal zur offiziellen Stelle. Ich habe aber auch eine leicht abgewandelte Version, denn ich habe das Ganze mit Photoshop so bearbeitet, dass man das mit einem Drucker, der doppelseitig drucken kann, so direkt ausdrucken kann, dass man hier vorne quasi so eine Doppelseite hat. Und wenn man das dann hier so quasi doppelseitig druckt über die kurze Seite, dann wird das dann quasi auf der anderen Seite so hier gedruckt, dass man dann hier diese zwei Seiten eben so passend direkt hat, dass man das wie so ein kleines Heftchen hat. Und dann halte ich hier noch einmal diese Seite, die auf der anderen Seite weiß ist. Die kann man sich aber so dann einfach dann hier reinlegen und hat dann sozusagen wie so ein kleines Heftchen. Und hier steht alles Wichtige nochmal drin. Und das hier, was man hier dann reinlegt, ist sowieso nur eine persönliche Checkliste, wo man dann überall Häkchen dahinter setzen kann. Hat man es da oder hat man es nicht da? Genau. Und ich wollte, also die Checkliste tue ich jetzt einfach immer auf die Seite, aber hier in diesem Heftchen, das steht auch schon drauf, Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Und was ich euch als erstes direkt mal vorweg sagen kann, ist Ruhe bewahren. Also da draußen wird ja manchmal viel, viel, viel Tamtam gemacht, ja, und Hysterie und sonst was bricht aus, während andere sagen, ach, da hören wir doch nächste Woche eh nichts mehr von. Also ich sehe quasi immer wieder die einen, die gehen viel zu krass damit um, während die anderen sagen, ach, das ist doch alles Larifari. Also es sind zwei Extreme und ich sage euch, genau dazwischen liegt die goldene Mitte, die richtig ist, wie man sich tatsächlich verhalten sollte. Man sollte ein bisschen Vorsorge betreiben, aber nicht in Panik verfallen. Einfach gechillt bleiben, das geht vorüber. Und wir kriegen das schon alles auf die Kette. Ja, wir haben schon einiges auf die Kette bekommen als Menschheit. Wir kriegen auch das auf die Kette. Und genau, hinten steht dann direkt wichtigste Rufnummern. Auch die sollte man natürlich immer wissen. Am besten weiß man die natürlich auswendig, aber es gibt auch manche Nummern, die man zum Beispiel nicht auswendig weiß, die ich vorher, bevor ich das hier hatte, auch noch nicht gehört hatte. Zum Beispiel, im Notfall melden, wo ist der Notfallort, was ist passiert, wer ruft an, warten Sie auf Rückfragen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, genau so wie es jetzt hier steht. Also theoretisch, wenn ihr bei einer dieser Notrufnummern anruft, werdet ihr auch eigentlich dieselben Sachen gefragt. Ja, aber wenn ihr Ruhe bewahrt und einfach direkt das sagen könnt, was quasi jetzt Sache ist, dann helft ihr der Person am Hörer auf jeden Fall sehr. Ja, wenn möglich, weisen Sie auf, weisen Sie Rettungskräfte an der Straße ein. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwo wohnt, wo man das vielleicht nicht sofort findet und ihr wisst ja selber am besten, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Freunde zu euch einladet und die dann sagen, hier Mensch, ich habe das nicht gefunden, ich musste erst mal da und da. Das heißt, ihr kennt dann die kritischen Punkte und geht am besten, wenn ihr Rettungskräfte zu euch bestellt, genau an diese kritischen Punkte hin, wartet dort auf sie und zeigt hier, hier, da müsst ihr lang und so. So, das hilft auf jeden Fall. So, dann, wenn Hausnummern nur schlecht erkennbar sind oder sie zu einem Hinterhaus geleitet werden müssen. Ja, ist jetzt hier nochmal weiter beschrieben. Genau, dann gibt es hier Feuerwehr Rettungsdienst, also Feuerwehr und Rettungsdienst hat die Rufnummer 112. Ja, das weiß man eigentlich auswendig. Genauso wie Polizei 110, das weiß man auch auswendig. Aber zum Beispiel steht hier noch weitere Sachen, Behördenrufnummer. Die habe ich vorher noch nie gehört, ist hier die 115. Ich weiß auch nicht, was man damit macht, also was man dort sagt, aber sie steht hier drauf, falls ihr wisst, für was das sinnvoll ist und ihr braucht es mal, könnt ihr das hier auch machen. Dann hier, ärztlicher Notdienst, Krankentransport, Giftnotrufzentrale, Apothekenbereitschaft und Stadtwerke. Vielleicht ist das hier alles unter der 115 aufgeführt oder, weil hier steht nämlich keine Rufnummer dabei, es kann natürlich auch sein, dass ihr hier die jeweilige Rufnummer für euch vor Ort eintragen müsst. Zum Beispiel ärztlicher Notdienst. Das wäre hier bei uns zum Beispiel die Unikliniken, die bieten sowas meistens an. Oder was auch ärztlicher Notdienst ist, ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel alle Ärzte gerade eigentlich Feierabend, also wenn die alle zum Beispiel, wenn einer im Urlaub ist oder etc. pp. oder wenn die eigentlich Feierabend haben, hat meistens einer der Ärzte hier im Umkreis einen ärztlichen Notdienst. Das heißt, den kann man dann halt auch nachts sozusagen noch erreichen. Genauso wie Notfallapotheken etc. pp. Okay, das ist aber das Wechsel, das rotiert halt dann manchmal. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man dann hier die jeweilige passende Rufnummer vor Ort eintragen sollte. Genau, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BKK. Steht dann hier auch nochmal die Rufnummer, E-Mail-Adresse und die Webseite und ein QR-Code. Das ist quasi das, wo ich das Ganze hier auch her habe. Ich habe mir das Ganze, wie gesagt, hier nur so bearbeitet, dass man das so schön ausdrucken kann. Wie gesagt, ich habe euch das unten mal verlinkt. So, machen wir das Ganze einfach mal auf. Ihr seht, hier ist auch schon so ein paar Sachen stehen hier auch schon. Und ich sage euch auch dazu, ich habe hier auch ein paar Sachen, die definitiv nicht auf der Liste draufstehen, die ich aber für meinen Seelenfrieden, sage ich mal, trotzdem mir noch zugeholt habe, um einfach noch unabhängiger zu sein. Noch unabhängiger zu sein. Weil, ich sage es euch mal so, desto weniger Hilfe ihr von außerhalb benötigt, desto wohler und desto sicherer fühlt ihr euch und desto ruhiger geht ihr auch und gelassener geht ihr auch mit der Situation um. Da wären so zum Beispiel so Sachen wie hier diese Kanister, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oder hier, so ein Messerchen, steht jetzt auch nirgendwo drauf. Oder das, was ich hier zum Beispiel habe. Das ist ein Feuerstein zum Beispiel. Ich gehe da aber noch gleich weiter drauf ein. Aber es gibt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die stehen hier nicht drauf, die ich trotzdem hier habe. Ich habe jetzt auch nicht alles hier im Video. Das ist so ein bisschen nur zur Veranschaulichung. Ich erkläre euch aber gleich noch ein bisschen was dazu. Wir lesen jetzt erstmal, was jetzt hier steht. Sorry, wenn ich mich ab und zu ein bisschen verhaspel. Das passiert ab und zu mal bei mir beim Lesen. Aber ich denke mal, so müsste ich es zumindest nicht selbst lesen. Ansonsten, wie gesagt, ladet es euch einfach runter, dann könnt ihr ja nebenbei dann das Ganze selber lesen. Das finde ich gut, dass das hier auch nochmal so mit drin geschrieben ist. Denn ob man vorsorgt und wie viel man vorsorgt, ist jedem selbst überlassen. Fakt ist, meiner Meinung nach, wenn man vorgesorgt hat, und bei uns ist es nicht nur jetzt in Zeiten von Corona so, sondern auch vorher haben wir immer einen gewissen Vorrat da. Ob das jetzt zehn Tage sind, das sei mal dahingestellt. Aber wir hatten immer einen gewissen Vorrat da. Das sollte jeder immer grundsätzlich haben. Also man sollte niemals Tag für Tag leben, was Lebensmittel betrifft. Das funktioniert vielleicht für einen Studenten hin und wieder mal ganz gut. Aber auch da ist es vielleicht sinnvoll, ein bisschen Vorrat da zu haben. Gerade manche Lebensmittel sind doch relativ günstig auch zu haben. Von daher. In der folgenden Übersicht finden Sie ein Beispiel für einen zehntägigen Grundvorrat für eine Person. Dieser entspricht ca. 2200 Kilokalorien pro Tag und deckt damit im Regelfall den Gesamtenergiebedarf ab. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien. Und da sind wir auch schon beim springenden Punkt. Persönliche Vorlieben bitte berücksichtigen. Es bringt nichts, wenn ihr euch da jetzt ein Kilo Kartoffeln oder so hinstellt oder vier Kilo oder Reis oder Nudeln oder sonst was und ihr esst das gar nicht gerne. Das macht gar keinen Sinn, wenn ihr das überhaupt nicht gern esst, wenn ihr dann quasi euch einfach ernährt. So nach dem Motto, ja ich muss das jetzt essen, damit ich überleben kann, aber eigentlich schmeckt es mir gar nicht. Das ist doch vollkommener Bullshit. Es gibt, denke ich mal, in nahezu jedem Vorliebengebiet, ob ihr jetzt Veganer seid, ob ihr Vegetarier seid, ob ihr Frutarier seid, egal was. Jeder hat so seine Vorlieben und ich könnte mir vorstellen, dass es in jedem Vorliebensbereich Lebensmittel gibt, die länger haltbar sind. Ja, das heißt, nur weil der jetzt irgendwie steht, so und so viel Kartoffeln oder sonst was, müsst ihr das doch gar nicht so machen. Ja, oder wenn jetzt hier bei Getränk, ne, Wasser oder so zum Beispiel steht, ja, ihr könnt euch auch einfach Eistee, ob das jetzt gut ist, natürlich ist Wasser besser, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, weißt du, wenn man dann vorsorgt, dann kann man auch so vorsorgen, wie es für einen persönlich passt. Ja, deswegen, ne, so viel dazu. Einfach ein bisschen mitdenken und die Liste sozusagen für sich selbst so umstrukturieren, wie es gerade passt. Es ist ja keine Vorschrift, sondern einfach nur so ein Beispiel. Und genau so sollten wir das hier auch sehen. So, und dann natürlich auch sowas wie Allergien etc. pp. Auch wichtig, ja. Dementsprechend da einfach vielleicht, wenn ihr eine Familie von drei, vier, fünf Personen seid oder so, bei uns ist es jetzt quasi Frau, Kind, Papa und Oma, die noch oben lebt, setzt euch einfach mal kurz zusammen, sprecht miteinander, was sind eure Vorlieben, macht vielleicht eine kleine Einkaufsliste und dann könnt ihr einen Vorrat aufkaufen. Im besten Falle macht ihr aber das nicht auf einen Schlag. Im besten Falle macht ihr kein Hamsterkauf, ihr geht nicht irgendwo in den Rewe, in den Aldi, in den Kaufland oder sonst wo rein und kauft das alles auf einen Schlag. Klar, wenn man jetzt gar nichts da hatte, dann liegt das sehr nahe, das zu tun, aber ja, das ist blöd. So einen Vorrat, den kauft man sich, ach, heute nehme ich mal das hiervon mal ein bisschen was mehr mit, heute nehme ich mal davon. So macht man das normalerweise. Aber es gibt ja dann auch noch den Online-Handel, deswegen sind viele von diesen Sachen auch einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, auch gerade Konserven etc. pp. Das kann man bei Amazon kaufen, das kann man bei Ebay kaufen. Es gibt einfach gewisse Lebensmittel, die man auch online gut einkaufen kann und das ist aktuell unter Umständen für den einen oder anderen stressfrei. Es kann manchmal etwas teurer sein, sage ich ganz klar dazu, aber es gibt die Möglichkeit und ich möchte bitte auf diese Möglichkeit einfach nur verweisen. Ihr könnt zum Beispiel auch manchmal bei Rewe oder so online schauen. Es gibt manche Rewe-Filialen, die liefern auch zu euch dann, wenn ihr dann dort gewisse Einkäufe tätigt oder sonst was. Kann man auch machen. Gerade für ältere Personen ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Sachen, die wir auch schon immer online eingekauft haben. Hier zum Beispiel sowas wie Küchenrolle haben wir schon immer online eingekauft. Die letzten zwei Jahre oder so kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich im Laden Küchenrolle gekauft habe. Ich habe die immer bestellt, weil ich einfach in großen Massen das immer bestellt habe. Das ist jetzt eine Amazon-Eigenmarke im Übrigen. Genauso wie hier diese Tücher. Habe ich auch immer online bestellt. Immer. Immer ist auch Amazon-Eigenmarke hier, dieses Presto. Aber gehen wir weiter in der Liste. Getränke. Lebensmittelgruppe. Das liegt quasi erstmal in Lebensmittelgruppe, dann die Menge. Und dann eine Bemerkung nochmal dazu. Und immer noch überall, überall steht es jetzt hier nochmal geschrieben, 10-Tage-Vorrat. Das ist jetzt für einen 10-Tage-Vorrat. Ich muss aber dazu sagen, wir haben nicht für einen 10-Tages-Vorrat eingekauft, sondern bei uns ist es tatsächlich so, dass wir drei Wochen, unter Umständen sogar einen ganzen Monat mit unserem Vorrat auskommen würden. Das liegt ganz einfach daran, dass wir sowieso schon immer einen recht guten Vorrat hatten, jetzt aber bezüglich des Coronavirus einfach nochmal aufgestockt haben. und wir haben nicht alles auf einmal gekauft, sondern wir sind ja drei Personen. Das heißt, ich bin mal einkaufen gegangen, meine Oma ist mal einkaufen gegangen und meine Frau ist mal einkaufen gegangen. Dass wir nicht so einen Berg da haben, ich meine mal abgesehen davon, dass das andere Leute eventuell verstören könnte und die Angst somit noch mehr schüren könnte, wenn ihr sowas tut. Wenn ihr mehrere Personen seid, dann geht vielleicht in verschiedene Geschäfte und jeder kann einen Einkauf oder jeder kann einen Teil des Einkaufs tätigen. Somit macht ihr erstens keinen Hamsterkauf, zumindest nicht direkt sichtbar, weil ihr einfach das Ganze aufsplittet und zum anderen macht ihr auch anderen Mitmenschen somit weniger Angst, weil wenn jetzt da plötzlich solche Berge auf dem Fließband liegen, dann vor euch, hinter euch, die Leute, die haben erstens Angst, dass sie nichts mehr kriegen, zweitens Angst, Oh Gott, wenn der so viel kauft, Oh Gott, Oh Gott, vielleicht habe ich doch zu wenig gekauft. Oh mein Gott, was passiert? Die Versorgungsketten werden ja nicht unterbrechen. Es wird weiterhin dafür gesorgt, dass Lebensmittel da sind. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle natürlich an alle Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, auch an die Ärzte etc. Ich denke mal, es wurde schon oft genug gesagt, ich möchte es aber hier trotzdem noch mal erwähnen. Also, Getränke, zwei Liter pro Tag und Person. Zwei Liter. Ja, egal, ob ihr zwei Liter pro Tag trinkt oder nicht, sorgt dafür, dass ihr zwei Liter da habt. Wenn ihr nur ein Liter pro Tag trinkt oder an einem Tag nur anderthalb Liter trinkt und dann noch einen halben Liter am nächsten Tag trinken könnt und so weiter und so fort und ihr somit noch länger damit auskommt, dann ist das gut, aber sorgt trotzdem dafür, rechnet mit zwei Liter pro Tag und pro Person. Ja, also insgesamt jetzt hier, wegen zehn Tage, hochgerechnet 20 Liter. Am besten, das kann man machen, sind zum Beispiel, diese ganz normalen Flaschen, diese PET-Flaschen, sich da zum Beispiel zu kaufen, gibt es ein Liter Flaschen, dann 20 Stück pro Person, aber man kann zum Beispiel auch anderthalb oder zwei Liter Flaschen, etc. pp. gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, das so zu machen. Was ihr allerdings auch tun könntet, beziehungsweise was wir, also wir haben einmal Wasserkästen, sehr viele Wasserkästen hier, aber wir haben trotzdem auch noch sowas hier. Das hier sind 30 Liter Kanister, ich mache mir das mal hier nebenbei ganz kurz auf, dass ich euch ein paar Sachen dazu sagen kann. Haben wir bei Amazon bestellt, verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Dreier-Set gewesen, also ich habe drei Stück von diesen Kanistern, drei Stück A30 Liter, das heißt insgesamt 90 Liter Wasser und wir sind wie gesagt Mama, Papa, Kind und Oma. Das heißt, wir sind vier Personen und haben zu den vielen Wasserkästen, die wir haben, wir haben übrigens weitaus mehr als diese 20 Liter hier, aber zudem haben wir noch 90 Liter und hier können wir quasi das Wasser vorher einmal abkochen, dann hier in diese Kanister reinfüllen und haben dann hier einmal, also die haben ganz normal so einen Schraubverschluss, den haben wir dreimal dabei und dann ist in diesem Set noch einmal sowas hier mit dabei. Das kann man dann quasi da reinführen, kann das dann hier vorne so, das schließt man dann quasi so an, kann das dann hier so öffnen und kann dann hier, wenn man den Kanister dann so hinlegt, also wenn ich das dann quasi so hier hinten mache und das dann hier so rein tue, dann kann ich sozusagen hier Wasser rauszapfen. Und das hat halt eben den Vorteil, dass ich mir dann hier abgekochtes Wasser sozusagen abzapfen kann, das ist zum Beispiel dafür gut für Babynahrung oder wenn ihr zum Kochen noch gewisse, also zum Kochen noch Wasser benötigt etc. pp., dann kann man das hiervon nehmen. Und jetzt könntet ihr ja sagen, ja klar, aber fließend Wasser haben wir doch noch und so, dann kann man es doch einfach auch aus dem Wasserhahn nehmen und und und. Ja, kann man. Und solange das geht, machen wir das auch noch. Aber wir haben, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man die Möglichkeit hat, desto mehr man unabhängig von der Außenwelt sein kann, desto wohler fühlt man sich. Und ich habe mir halt einfach, ich habe den Gedanken noch etwas weiter gesprochen. Ich möchte euch keine Angst damit machen, um Gottes Willen, nur ich habe einfach diesen Gedanken, okay, wenn jetzt keiner mehr zur Arbeit gehen kann, kann auch keiner mehr ins Umspannwerk gehen, dann kann keiner mehr in irgendwelche Kohlekraftwerke gehen, die meiner Meinung nach sowieso abgeschaltet gehören, dann kann keiner mehr in irgendwelche Atomkraftwerke gehen oder sonst wohin gehen. Oder auch in die Kläranlage oder ins Wasserwerk, ja. Das sind dann alles so Orte, wo dann halt auch niemand mehr hingehen kann. Und ich habe mir halt einfach, ich habe einfach mit diesen Gedanken gespielt, okay, wenn da keiner mehr hingehen kann, wie lange kann dann eine Wasserversorgung noch aufrechterhalten werden? Ja, ich weiß nicht, können diese Chemikalien zur Säuberung des Wassers automatisch dort reingeführt werden? Ja, ist das in Ordnung, wenn das dort nicht überprüft wird die ganze Zeit? Weil ich weiß von Freunden, die dort schon arbeiten, wie, wie, also beziehungsweise Praktikum gemacht haben, etc. wie oft das da geprüft wird, also ob das Wasser, da gibt es ja so ein Belebungsbecken, etc. pp. Das muss immer und immer und immer und immer wieder, muss das alles geprüft werden und so. Und ich weiß nicht, wenn dort niemand mehr hingeht irgendwann, weil wegen Coronavirus das vielleicht auch untersagt wird oder sonst was, ich weiß nicht, wie lange das da noch aufrechterhalten werden kann. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, okay, sich ein bisschen unabhängiger, ein bisschen unabhängiger, ich bin jetzt nicht komplett unabhängig mit diesen 90 Liter, ja, aber ein bisschen länger komme ich auf jeden Fall dann noch aus. Das beruhigt mich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das halt hier auch getan. Und man kann so ein Kanister auch mal nutzen, zum Beispiel, ich könnte damit unten an die Laden gehen, ja, wir haben einen Fluss hier, ein Fließgewässer mit Süßwasser, was man rein theoretisch auch trinken könnte, ja, auch da soll man natürlich dann gucken, dass man das entsprechend nochmal mit gewissen Filtern filtert, um es trinkbar zu machen oder abkocht, ja, aber auch das kann ich hiermit zum Beispiel dann tun. Genau, also wie gesagt, ich habe mir halt einfach vorgestellt, okay, fließendes Wasser, Hahn auf, kommt nichts mehr raus, okay, keine Panik, wir haben nochmal 90 Liter extra Wasser, neben dem Trinkwasser, was wir sowieso schon haben, ja, ist einfach ein beruhigender Gedanke, zu wissen, das zu haben. Dann natürlich auch für Brauchwasser ist gesorgt, wir haben hier draußen zum Beispiel, habe ich von den Dächern im Garten, vom Garagendach oder hier meine Überdachung vom Grill, habe ich zum Beispiel, weil ich da keine andere Möglichkeit hatte, das ins Abwasser geben zu können, habe ich einen 1000 Liter Regenfass dort hingestellt, was auch komplett gefüllt ist. Mein Nachbar hat unterirdisch noch eine riesen Zisterne, mit keine Ahnung, wie vielen Tausenden von Litern, was da reinpasst. Und das kann man zum Beispiel, wir dürfen das auch gerne mitbenutzen, das hat er auch schon gesagt, da kann man zum Beispiel auch in einen Eimer oder sonst was, oder in eine Gießkanne sich Wasser reintun, um zum Beispiel den Toilettenspülkasten damit zu befüllen, damit man mit Regenwasser trotzdem, wenn man dann auf Klo war, spülen zu können, weil wenn kein fließend Wasser mehr da ist, dann wird der Toilettenkasten auch nicht mehr gespült, nachdem man dann die Toilettenspülung betätigt hat. Also macht es unter Umständen Sinn, das quasi auch auf manuellen Betrieb umzurüsten. Wir haben jetzt eine Toilette bei uns im Haus, bei der das nicht mehr geht, weil das so eine Geberitspülung ist, wo man so drücken muss. Also es würde schon theoretisch gehen, aber es ist quasi jedes Mal ziemlich umständlich. Aber wir haben immer noch zwei Toiletten im Haus, bei denen man einfach diesen ganz alten Spülkasten hat, wo man oben einfach aufmacht, dann kann man reinkippen und dann ist gut. Das würden wir dann an der Stelle mit Regenwasser natürlich machen und nicht mit Seuchenwasser. Hiermit wird dann gekocht werden, Babynahrung zubereitet und und und. So, also soviel zu meinen Gedankengängen dazu. Dann Lebensmittel. Fängt es jetzt hier, geht es jetzt hier weiter? Oder mache ich jetzt direkt die andere Ausführung noch? Nee, komm, ich erkläre euch direkt, ich erkläre euch direkt, warum ich hier auch noch das hier stehen habe. Das hier sind so kleine, Anfeuerholz heißt das, Anfeuerholz. Und da habe ich hier halt eben noch das hier. Und das hier ist ein Feuerstein. Das kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Ihr habt quasi diesen, ja einmal diesen Stein und dann habt ihr hier so ein Gegenstück. Und dann kann man das quasi so, Achtung, seht ihr das? Ja, ich kann hier mit Funken erzeugen. Muss halt natürlich aufpassen, hier sind unter Umständen, gerade mit diesen Tüchern und so, Sachen, die leicht entflammbar sind. Und das hiermit kann ich jederzeit Funken erzeugen und somit ein Feuer machen, weil ich mir auch gedacht habe, wie eben schon angeführt, Wasserwerke und Stromwerke, das heißt eventuell kann es ja auch irgendwann sein. Ich meine klar, wir haben eine Photovoltaikanlage mit Speicher, das heißt wir könnten auch nachts unseren Strom hier noch nutzen. Aber, was ist, wenn das auch ausfällt, wenn das auch nicht funktioniert? Aus irgendeinem Grund, technischer Defekt oder sonst was? Keine Ahnung, ja? Was ist, wenn ich hier auch keinen fließenden Strom mehr habe? Dann möchte ich trotzdem die Wohnung noch heizen können. Klar, jetzt ist ein toller Fall, weil wir Sommer haben, aber ich möchte trotzdem, es kann ja trotzdem mal kühl werden oder es kann ganz urplötzlich wegen dem Klimawandel, was weiß ich, plötzlich ein Schneesturm. Man weiß ja heute nicht, was passiert. Ich möchte vorbereitet sein, ja? Und weil ich vorbereitet sein möchte, wir haben auf jeder Etage nach wie vor, wir haben zwar überall ist mit Pelletofen und Infrarotheizung geheizt, aber wir haben trotzdem in der Küche auf jeder Etage einen Holzofen, so einen richtig alten Holzofen, die man heutzutage teilweise gar nicht mehr genehmigt bekommt. Wir haben die Genehmigung nur noch deswegen da, weil die schon immer da standen und quasi immer drum herum die Küchen immer nur neu gemacht wurden. Aber die sind nie abgeschlossen worden und sind immer dort angeschlossen geblieben und deswegen hat der Schornstein-Fegermeister uns die auch immer wieder abgenommen, weil die schon immer da standen, ja? Heutzutage würde man das, glaube ich, gar nicht mehr genehmigt bekommen. Das hat er uns auch schon öfter mal gesagt. Aber, ja, das wird auch niemals passieren, dass wir die da weg machen. Niemals! Die bleiben immer da, weil das so, 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 so viel Sicherheit einfach bietet, so viel, so viel Beruhigung, innere Beruhigung einfach bietet, dass, die werden niemals da wegkommen, ja? Weil ich kann in diesem Ofen, ich kann hier mit diesem Anzündhölzchen und selbst wenn ich kein Feuerzeug, keine Kerzen, nichts habe, ja? Dann kann ich hier mit und hier mit, ja? Vielleicht auch noch ein paar Tücher einfach so noch mit reinmachen. Mal ein bisschen so, zack, zack. Und dann kann ich ein Feuer anmachen und dann wird es warm. Das heißt, ich kann heizen mit diesen Öfen. Klar, es ist nur einer auf einer Etage, aber wenn man die Türen und sowas auch macht, ich weiß es selber schon, wir haben es nämlich schon probiert, es funktioniert. Während Renovierungsarbeiten, wo die ganzen elektrischen Heizungen alle nicht funktioniert haben, weil die Leitungen neu gemacht wurden, etc. pp. Haben wir mit diesem Ofen schon die gesamte Wohnung geheizt bekommen. Klar, die Räume, die am allerweitesten davon entfernt sind, da war es dann nicht ganz so muckelig warm. Aber ich denke mal, in so einer Situation, wo man darauf angewiesen ist oder wo man nur das hat, dann ist es auch nicht so notwendig, dass wirklich der hinterletzte Raum auch noch warm ist. Dann hält man sich sowieso ein bisschen enger mit der Familie zusammen und hält sich dann eher in Wohnzimmer, Küche oder sonst wo oder halt im Schlafzimmer auf und diese Räume sind bei uns auf jeden Fall nah an der Küche dran und dementsprechend sowieso gewärmt. Also da gibt es gar kein Problem. Genau. Das, so viel dazu und nicht nur, dass man damit heizen kann, nein, man kann auch drauf kochen. Das heißt, man kann das oben hochklappen, hat so eine Gusseisenplatte und teilweise auch sogar mit so Ringen drin, die man dann rausnehmen kann, um einen Topf einzulassen. Das heißt, man kann da kochen, man kann da Gulasch drin machen, man kann hier zum Beispiel sich einen Topf draufstellen und dann hier so eine Konserve rein, zack, kann die dann auch warm machen. Man kann hier Nudeln kochen, man kann Wasser abkochen, ja, ganz normal halt eben kochen, wie mit einer ganz normalen Herdplatte. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Deswegen haben wir einmal, wie gesagt, hier diesen Feuerstein da, deswegen haben wir diese Anzündhölzchen da, das ist jetzt hier, hier liegt jetzt nur ein, so ein Paket zur Demonstration. Wir haben aber wesentlich mehr davon. Wir haben auch noch zudem eine ganze Menge Feuerholz, also so richtige Holzscheite. Wir haben aber auch diese, 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 diese Pressholz, das sind wie so, da steht meistens RUF oder so RUF oder so was steht da meistens drauf. Das ist so gepresste, wie gepresstes Sägemehl, so kann man sich das ungefähr vorstellen. So gepresste, Sägespäne, ja, so sind das. Und, ähm, die benutze ich beim Kochen doch manchmal, weil die sind an sich, sind die, sind die eigentlich schlecht zum Befeuern, weil die halt eben, die sind, die brennen sehr energiereich, aber sind halt auch schnell verbrannt und schnell wieder weg. Ja, ähm, also für langfristiges Brennen sind die eigentlich kacke, aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Kochen etwas hat, wo man mal jetzt mal schnell hohe Hitze oder sowas benötigt, dafür sind die ganz gut. Deswegen haben wir davon immer mal welche da, wie gesagt, normale Holzscheite, ganz viele, ja, mein Nachbar, der macht zum Beispiel auch Holz, der hat im Wald immer so ein eigenes Stückchen, wo der das dann auch Holz macht selbst und, ähm, deswegen, sowohl wir haben genug Feuerholz da für lange Zeit und selbst wenn das ausgeht, hat der Nachbar noch was da. Ähm, und da wird man sich auf jeden Fall immer einig werden und, äh, dann gibt es natürlich auch noch die Holzbriketts, also Kohle, diese schwarzen, äh, Briketts etwa so länglich sind die, ähm, so hoch, so breit, ne, und die sind ganz gut für die Nacht, sodass man auch über Nacht macht man so ein, zwei davon rein, ja, oder vielleicht manchmal auch zwei, drei, je nachdem, ähm, und dann bleibt nachts der Ofen auf jeden Fall an, das geht nicht aus, dementsprechend bleibt es auch nachts dann warm, ja, das ist sehr, sehr, sehr sinnvoll und wichtig, sowas, ähm, genau deswegen haben wir dafür auch gesorgt, wie gesagt, auf jeder Etage können wir somit hier im, im, im Haus kochen und im Haus auch heizen und genau das gleiche habe ich auch nochmal draußen, ich habe eine Außenküche, wo ich einmal links einen, einen riesen Grill habe, äh, da kann ich für eine ganze Feuerwehrmannschaft drauf grillen, so groß ist der und rechts habe ich nochmal einen Außenherd, also der genauso ist im Grunde genommen wie hier drin, die Öfen in der Küche, nur halt ein bisschen größer, ähm, das heißt jetzt auch gerade, wenn gutes Wetter ist, kann ich da draußen auch draußen kochen und auch mit Holz quasi einfach ein paar Holzscheide rein, hier ein bisschen Feuer drin machen und auch da habe ich dann diese Ringe zum rausnehmen und so, ich gucke mal, vielleicht blende ich euch ein Foto ein, äh, ist zwar jetzt aktuell nicht so aufgeräumt, äh, da draußen, aber ist ja egal, zum Zeigen ist es ja vollkommen in Ordnung und somit kann ich auch draußen kochen, äh, draußen ist jetzt Heizen weniger sinnvoll, aber, äh, kochen kann ich halt auch da und zwar komplett autark, ohne dass ich angewiesen bin auf irgendwie Strom, Gas oder Wasser von außerhalb, ähm, von daher, ja, das ist sehr, sehr, sehr beruhigend und, äh, deswegen auch, ähm, das kann ich auch hier an dieser Stelle noch sagen, deswegen auch dieses Messer, das habe ich mir beim guten Fritz Meinecke abgeguckt, das ist nämlich hier dieses, äh, 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 Mora, Mora Messer, Mora Knife, wie auch immer, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr scharfes Messer, sehr robust auch, sehr dick, hiermit kann man, äh, das habe ich sogar in seinem Video mal gesehen, ähm, zu Not sogar, äh, so kleine Holz, äh, wenn ihr so kleine Holz, äh, Blöcke habt, könnt ihr da zu Not das einfach oben drauf machen und dann mit irgendwas anderem dann oben drauf hauen und, ähm, das so ein bisschen aufspalten, jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sowas hier noch kleiner spalten würde, könnte ich dann hier das hier so oben drauf setzen und dann mit einem Hammer oder mit irgendwas oben drauf hauen hier und könnte das dann nochmal aufspalten, dass sogar das geht hiermit, aber auch, ähm, zum Beispiel, ich habe eine komplette Angelausrüstung hier immer noch da, zum Angeln von Fischen oder zum Ausnehmen von Fischen oder, ähm, anderen Tieren unter Umständen, wenn man, ne, ähm, zur Zubereitung von Lebensmitteln oder Zubereitung von Tieren, wenn man, äh, zum Beispiel einen Fisch ausnehmen möchte, etc., pp., auch das ist mit so einem Messer hier ganz gut möglich, ähm, ich habe jetzt noch nie irgendwelche anderen Tiere außer Fische ausgenommen, äh, das lernt man ja heutzutage, heutzutage muss man, glaube ich, bei der Angelprüfung sogar einen Fisch ausnehmen, mussten wir früher noch nicht, aber das war früher einfach so, ja, das konnte man einfach, ich, ich habe seit Jahren, habe ich meinen Angelschein, ich hole mir da jedes, äh, alle fünf Jahre so einen neuen, äh, Fünfjahresfischereischein, ähm, und, äh, ja, mit gewissen Gewässerkarten kann ich da halt einfach hier auch bei uns in der Lahn mal, keine Ahnung, ein Hecht, ein Aal, ja, sonst was, eine Forelle, äh, mir angeln und hab dann somit eine weitere Quelle Nahrung zu beschaffen, wenn es jetzt zum Beispiel, ähm, keine Nahrung geben sollte in den Supermärkten, was wie gesagt nicht passieren wird, es geht nur rein um die Hypothese, ich könnte auch so, dann noch, ähm, Lebensmittel irgendwie beschaffen, ja, einfach nur das zu wissen, dass es geht, und ich kann dieses Lebensmittel beschaffen durch meine Angel, ich kann es, ähm, ähm, ja, bereitstellen, oder zum Beispiel zubereiten mit diesem Messer, und dann weiter, äh, verarbeiten, beziehungsweise, äh, ja, zubereiten, genau, hiermit verarbeiten und hiermit zubereiten, äh, selber dann, äh, kochen und sonst was damit machen, und dann essen am Ende, ja, das ist sehr schön zu wissen einfach, ähm, genau, aber jetzt weiter mit der Liste, ähm, Lebensmittel, jetzt hier auch nochmal, also quasi einmal Getränke, und dann hier der nächste Punkt ist Lebensmittel, Lebensmittelgruppe, Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Menge insgesamt hier von 3,5 Kilo pro Person, wie gesagt, für 10 Tage, ja, pro Person ist das alles immer, ähm, und da habe ich jetzt einfach mal, hier, Kartoffeln, das sind ja so 2,5 Kilogramm schon, äh, es bieten sich natürlich größere Säcke an, aber wir haben jetzt auch aktuell noch das gekauft, was noch, noch, ähm, was erhältlich ist, und mir ist hier vollkommen egal, was das für Kartoffeln sind, ob das Süßkartoffeln sind, Speisekartoffeln, äh, dann gibt es, keine Ahnung, was für verschiedene Kartoffeln, Sorten es auch noch gibt, dass es mir so kommt, Wumms, Hauptsache Kartoffeln, da kannst du immer was Tolles draus machen, du kannst die, du kannst immer Bratkartoffeln machen, die sind auch schnell auf so einem, äh, auf so einem, äh, auf so einem Holzofen auch schnell zubereitet, schmecken hammergeil, meiner Meinung nach sogar noch besser, wie wenn man das auf einem Elektro- oder Gas, äh, äh, zubereitet, und, ja, ne, wie gesagt, ähm, Kartoffeln, dann, äh, sowas hier wie Reis, da haben wir hier natürlich, äh, wo haben wir das, Kartoffel, hier genau, hier Reiseintopf zum Beispiel, wir haben aber auch so noch ganz viele Reistütchen, Reis ohne Tütchen, ähm, dann Nudeln sowieso, haben wir hier diese typischen Miracoli-Packungen, aber auch hier, äh, solche Nudel-Packungen, wir haben da noch so Eimer voll mit Nudeln auch, ähm, ja, da gibt es einfach verschiedene Nudeln, 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 Reis und so, das geht immer, was auch, äh, ich auch dazu zählen würde, das ist sowas hier wie, äh, Knödel oder, ähm, dieses Pulver für Kartoffelpüree zu machen, das sind auch immer Sachen, weil das ist, damit kannst du schnell, ähm, das kannst du gut lagern, ja, es ist lange haltbar und du kannst schnell ein Nahrungsmittel zubereiten, was dich sättigt, ja, ähm, ob das jetzt so komplett nahrhaft ist, das sei mal dahingestellt, aber es sättigt, Nudeln, die sättigen sehr gut, Kartoffelpulver, also Kartoffelpüree, sättigt sehr gut, ähm, Knödel sättigen sehr gut, auch hier Bratkartoffeln und so, das sind alles Sachen, wenn du das isst, du musst nicht so viel essen und du kriegst sehr schnell, setzt so ein Sättigungsgefühl ein und bei solchen, ähm, Lebensmitteln hält das auch relativ lange, dieses Sättigungsgefühl, ähm, was gerade in Krisenzeiten echt ein verdammt wichtiges Ding ist, um einfach im Kopf klar zu bleiben, denn wenn du Hunger hast, dann fängst du irgendwann an irre zu werden, also es gibt ja diesen, diesen Werbespot da von wegen, äh, sei keine Diva und so, ja, isst ein Snickers, ähm, und ein bisschen Wahrheit ist dran, wenn ihr Hunger habt, das merkt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr mit Hunger einkaufen geht, äh, dann seid ihr plötzlich zu Hause und denkt so, Mensch, warum hab ich denn so viel eingekauft, esst einfach, bevor ihr einkauft, seid satt beim Einkaufen, dann esst, dann, dann kauft ihr viel fokussierter, wirklich nur die Lebensmittel auch ein, die ihr tatsächlich braucht, anstatt diesen hier zu machen und plötzlich, zu Hause zu sein und zu merken so, huch, ich hab ja irgendwie das Doppelte gekauft, was ich eigentlich gebraucht hätte, ja klar, wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr nicht mehr klar denken, das ist einfach so, ähm, und hier Brot, ja, wir haben auch Brot da vom Bäcker und es, ähm, die Bäcker werden wahrscheinlich auch ganz normal weiter ihr Brot backen, das heißt, ihr könnt dort auch euer Brot weiterhin kaufen, aber, ähm, es bietet sich auch immer an, nicht nur Brot da zu haben, sondern auch Trockenhefe, ähm, dann, äh, verschiedene Mehlsorten und, wie gesagt, Wasser, weil es gibt, äh, könnt ihr ja mal im Internet schauen, ganz einfache Rezepte, selber Brot zu backen, ich glaube, äh, da habe ich ein Rezept irgendwie 700 Gramm, äh, zum Beispiel ganz normales Weizenmehl oder 700 Gramm Roggenmehl zum Beispiel, dann, äh, 300 Gramm, äh, Weizenmehl zum Beispiel, dann ein so ein Tütchen Trockenhefe oder wenn ihr diese Würfel habt, einen halben Würfel trocken, äh, also einen halben Würfel von dieser gekühlten Hefe dann halt eben mit dabei und, ähm, ein bisschen Wasser zum Teig anrühren, ein bisschen gehen lassen, backen, äh, äh, ich glaube 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas, backt das und, äh, dann habt ihr ein Brot, ja, das könnt ihr einfrieren, das könnt ihr verzehren innerhalb der nächsten paar Tage, ähm, ich sage aber so, von der Lagerung her sind Mehl, Trockenhefe und Wasser einfacher zu lagern, ähm, als fertiges, gebackenes Brot, weil das müsst ihr dann irgendwie einfrieren oder sonst was, ne, das ist, ja, müsst ihr entweder immer frisch kaufen oder halt gucken, wie ihr das halt macht, wir, wir haben jetzt hier auch verschiedene Backmischungen zum Beispiel, weil ihr müsst das Mehl ja auch nicht selber zusammen mischen, es gibt auch fertige Backmischungen, wo dann schon Trockenhefe, äh, und zwei verschiedene Sorten Mehl zusammengemischt sind, ihr müsst dann nur noch Wasser dazu kippen und dann habt ihr einen Teig, könnt ihr auch sowas vielleicht mal gucken, ich ver, guck mal, dass ich euch so eine Brotbackmischung unten auch, äh, in der Videobeschreibung verlinke, weil auch das ist unter Umständen wirklich, meiner Meinung nach, sinnvoller als normales Brot zu kaufen, ne, weil gerade wenn ihr auf frischem Brotgenuss steht, ist sowas vielleicht dann doch besser und, äh, auch da wieder, äh, ne, autark sein, klar, solange es noch Strom gibt, könnt ihr in einem ganz normalen Backofen backen, ich hab zum Beispiel hier jetzt, äh, keinen direkten, ich hab ja eh nur so Herdgeschichten da, aber jetzt kommt das Geile, mein Nachbar hat, nachdem er das bei mir gesehen hat, sich auch sowas ähnliches, äh, ähm, äh, im Garten gebaut, ähm, auch davon poste ich euch mal ein kleines Bild, er hat so einen Pizzaofen sich gebaut und, äh, da kann man unter Umständen halt auch so ein Brot, äh, drin backen und zwar auch mit ganz normalem Feuerholz, ja, ähm, und da, das ist halt einfach, das ist sehr, sehr, sehr viel wert, meiner Meinung nach, aber auch, wie gesagt, solange es noch fließend Wasser und Strom gibt, kann man natürlich auch ganz normal in einem Backofen das Ganze machen, ne, falls ihr Vorschläge habt, wie man, wenn man jetzt nicht gerade so einen tollen Nachbarn hat, wie ich, äh, der so einen, so einen Holzofen, äh, ähm, da hat, äh, den man mit Holz einfach betreiben kann, äh, wenn ihr Vorschläge habt, wie man sonst noch Brot backen kann, ohne Strom und ohne, ja, vielleicht, ja, mit Gas, vielleicht gibt es so Gaskartuschen, Backöfen, ich weiß es nicht, wenn ihr, äh, dazu noch vielleicht coole Einfälle habt, dann schreibt mal unten auf jeden Fall in die Kommentare, würde ich cool finden, ähm, ja, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot, Getreideprodukte, ich denke mal, das haben wir jetzt hier ganz gut abgefrühstückt, ähm, 3,5 Kilogramm, wie gesagt, pro Person, aber es ist hier, glaube ich, relativ einfach, auch ein bisschen mehr pro Person einfach mal da zu haben, wobei, äh, man halt auch sagen muss, ob man jetzt ganz so viel davon isst, wie gesagt, das sind Lebensmittel, die schnell sättigen und lange sättigen, ne, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dann als nächstes, ähm, Gemüse, Hülsenfrüchte, ja, denken Sie daran, dass Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder in Dosen bereits gekocht sind, und für, ähm, getrocknete Produkte zusätzlich Wasser benötigt wird, natürlich, ne, wenn, getrocknetes Gemüse oder sowas, vielleicht ein bisschen Wasser dazu, ähm, aber die in den Gläsern und in den Dosen haben meistens Flüssigkeit schon mit drin, ähm, und das ist natürlich von Vorteil, weil man, ne, dann weniger davon braucht, ähm, und das ist halt auch wichtig, ich habe jetzt hier glaube ich keine Gläser da, wir haben aber noch auf jeden Fall in der Vorratskammer Gläser stehen, das weiß ich, ähm, aber ich habe hier zum Beispiel zur Veranschaulichung mal hier Kidneybohnen einfach mal hingestellt, Kidneybohnen, na gut, das kommt gleich beim nächsten Punkt, äh, Kidneybohnen, also wir haben aber auch, äh, 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 ähm, äh, also hier auch Spargel, Schwarzwurz, ähm, was hatten wir noch, äh, ähm, 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 ja so Paprika auch noch in der Dings, also verschiedene, verschiedenes Gemüse auf jeden Fall in, in so, in so, in so Glas Dingern halt auch noch, ähm, und das ist halt auch wichtig, also gerade hier auch sowas wie, wie Kidneybohnen tatsächlich, äh, oder auch weiße Bohnen etc., pp., weil viele denken halt immer nur an Kohlenhydrate, 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 ist zwar auch gut, aber Proteine sind verdammt wichtig, und wenn man jetzt halt eben, ähm, guckt, ähm, kommt hier gleich auch noch bei Milchprodukten und so, oder hier unten bei, bei Volleypulver steht es halt hier auch noch mit dabei, ähm, aber, ja, sowas wie Eier und so, das ist halt eben nicht so krass lange haltbar, ähm, und es ist aber in solchen Zeiten trotzdem auch wichtig, äh, äh, ja, Proteine halt auch einfach zu sich zu nehmen, und, äh, das hier ist eine Möglichkeit auf pflanzlicher Basis, Proteine, ähm, lange haltbar zu machen, lange, ähm, dann auch zu sich nehmen zu können, und einfach diese, diese, diesen Proteinbedarf des Körpers auch noch zu stellen, gerade solche Bohnengeschichten und so, sind da echt verdammt gut, das heißt nicht nur an Kohlenhydrate wie Nudeln, Reis und, 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 ähm, Kartoffeln denken, sondern auch an Proteine, ja, die halt eben aus sowas wie Kidneybohnen zum Beispiel kommen, ähm, und generell auch Gemüse, äh, wichtige, gute Sachen, und auch da, ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwelche Tiefkühlgemüsesachen wie Brokkoli oder sonst was, ähm, diese, diese Mischungen, die es da gibt, dieses Königsgemüse oder was weiß ich, ähm, weil, wie gesagt, wenn der Strom ausfällt, ist es halt ein bisschen blöd, weil, äh, ihr dann nicht nur nicht kochen könnt, nein, ihr habt dann auch keine Kühlung mehr, deswegen ist es doppelt blöd, ja, äh, äh, deswegen da auf, auf, entweder auf Gläser oder auf Dosen zurückgreifen, das kann man unter Umständen auch einfach aufmachen, wie gesagt, es ist ja schon gekocht, steht ja hier auch extra dabei, ich kann mir jetzt für so eine, so eine Dose Kidneybohnen, ich kann die einfach aufmachen, einen Löffel reintun, und dann gib ihm, ja, und dann, dann kann ich das wegschnabulieren, das gilt übrigens für alle Dosen, also für nahezu alle Dosen, äh, ähm, Gerichte überhaupt, hier auch, äh, sowas wie, ja, mein, mein Favorit, Ravioli, ja, hier steht sogar Zubereitung in der Mikrowelle, oder Zubereitung, äh, im, äh, im Kochtopf, ja, kann ich quasi auf meinem Holzofen einfach warm machen, aber, ich sage euch wirklich, äh, in der allergroßen Not würde ich das Ding einfach aufreißen, wenn ich gar nichts da habe, kein Feuerholz, nix mehr da, Löffel rein, also aufmachen, Löffel rein, und dann gib ihm, ja, das kann man auch kalt essen, habe ich auch des Öfteren beim Angelausflug selber mal kalt gegessen, äh, wenn zum Beispiel die Gaskartuschen oder sowas dann mal leer waren oder so, dann geht das auch kalt, das ist vollkommen in Ordnung, und wenn ihr Hunger habt, dann ist euch das teilweise echt wurscht, egal, ob das jetzt kalt oder warm oder sonst was, ihr seid froh, dass euer Magen gefüllt ist, ja, ähm, wie gesagt, ähm, das noch als Info dazu, dann als nächstes, also vier Kilogramm, ne, Hülsenfrüchte und Gemüse, vier Kilogramm gucken, dass ihr das da habt, äh, hier so eine kleine Dose, gibt es auch als große Dosen, so eine kleine Dose, hier hat schon, ähm, Füllmenge 400 Gramm, Abtropfgewicht 255 Gramm, ja, ist jetzt hier die Frage, was gemeint ist, ist das Abtropfgewicht gemeint, oder die gesamte Füllmenge, weil, äh, hier ist ja wie gesagt noch Flüssigkeit mit drin, nur die Bohnen an sich sind 255 Gramm, ähm, ja, ich würde einfach gucken, dass ihr ausreichend da habt, ja, guckt einfach, äh, ich, zur Not, wenn ihr euch unsicher seid, orientiert euch am Abtropfgewicht, ähm, dann habt ihr auf jeden Fall genug da, äh, ansonsten, ja, man weiß ja so ungefähr, was man in zwei Wochen isst, ja, dann als nächstes Obst und Nüsse, 2,5 Kilogramm Obst und Nüsse, und, ähm, man denkt jetzt, oh, ey, zweieinhalb Kilo Obst und Nüsse, ist ganz schön viel, wie soll ich denn das machen, ähm, es geht schneller als man denkt, das haben wir gemerkt, äh, zum Beispiel hier so Ananas, ja, hier haben wir auch, äh, Abtropfgewicht 340 Gramm zum Beispiel in dieser Dose hier vom Kaufland, oder ist es Kaufland oder ist es Rewe, ich weiß es gar nicht, äh, Kaufland oder, ähm, Edeka meine ich, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch wurscht, ähm, Sweet, Sweet Valley auf jeden Fall steht drauf, das sind jetzt hier Ananas, die haben wir in Stückchen, wir haben sie in, äh, Ringen, wir haben, äh, ach, hier, keine Ahnung, viel, viel verschiedene Ananas-Sachen, wir haben, äh, getrocknete Kirschen, äh, also so, 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 so eingelegte Kirschen, wir haben Pflaumen, wir haben, ach, hier, alles mögliche, hier, dann Pfirsiche, äh, Pfirsiche, dann diese Fruchtcocktail, äh, in, 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 in der Dose, haben wir auch noch ganz viele, hier diese Pfirsiche zum Beispiel, auch hier, Abtropfgewicht, 480 Gramm, ja, äh, da haben wir schon hier, wenn das jetzt hier auch noch eine große wäre, hoppala, wenn das hier auch noch eine Dose wäre, dann wäre das schon fast ein Kilo, äh, und dann hier steht, 2,5 Kilo brauchen wir, also das glaubt mir, das geht schneller, als ihr denkt, und bei Nüssen würde ich euch empfehlen, ähm, auf diese Studentenfutter-Sachen zurückzugreifen, ja, weil, da habt ihr auch noch mal so ein paar getrocknete Rosinen oder sowas mit drin, oder andere, äh, getrocknete Fruchtsachen halt einfach, äh, oder hier, was auch zum Beispiel ganz gut ist, was wir auch immer da haben, getrocknete Mangostreifen, hier auch von dieser Amazon Eigenmarke, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, die schmecken nämlich sehr, sehr, sehr gut, ähm, und können unter Umständen einfach, ja, wichtige Vitamine, äh, auch, äh, so zu euch bringen, oder auch, wenn ihr zum Beispiel gerade an getrocknete Pflaumen denkt, ähm, ist es auch ein natürliches Abführmittel, wenn ihr mal nicht so auf Klo könnt oder so, ist das zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr gute Sache, um das vielleicht ein bisschen beschleunigen zu können, ja, ähm, und generell auch Nüsse, auch wichtiger Proteinlieferant und, ähm, ähm, generell einfach, ne, so zum, zum, zum Essen zwischendurch eine ganz tolle Sache. Milch und Milchprodukte, äh, hier muss ich dazu sagen, ähm, ja, wir haben sowohl normale Milch da, als auch laktosefreie Milch, weil ich bin laktoseintolerant, wir haben aber auch sowas da wie, ähm, ja, ja, Sojamilch ist es jetzt nicht, warte mal, was ist es, ähm, nicht Soja, äh, Hafermilch haben wir da, genau, weil ich hab jetzt mal so ein bisschen rumprobiert, äh, eben weil ich laktoseintolerant bin, was, ähm, sonst noch so für mich passen könnte, ja, äh, und Hafermilch ist etwas, wo ich sag, Alter, das schmeckt sogar geiler als normale Milch, meine persönliche Meinung, ja, so ein Hafermilch-Kakao schmeckt einfach viel geiler, als ein Kakao, den ihr mit normaler Milch machen könnt, ist einfach so, also, es ist einfach, es schmeckt hammergeil, äh, dieser, dieser, diese Hafer-Konsistenz in der Milch, die ist sehr ähnlich wie normale Milch, ja, ähm, unter Umständen manchmal vielleicht ein bisschen dickflüssiger sogar, was ich sehr begrüße, ähm, und generell, damit schmeckt, äh, hier Müsli, also, wenn ihr euer Müsli esst, schmeckt damit hammergeil, ähm, oder ganz normale Cornflakes, oder sonst was, Hafermilch ist einfach was Tolles, und, ähm, kann ich nur, ja, cool finden so was, aber, all diese Sachen haben ein großes Problem, sie sind nicht so ultralange haltbar, ja, es ist irgendwann, auch gerade, wenn es nicht gekühlt wird und so, irgendwann ist Schluss mit der Haltbarkeit davon, deswegen habe ich auch da noch ein bisschen umgedacht, und, äh, Milchpulver, klar, ist nicht dasselbe, aber ich habe einfach Milchpulver bestellt, äh, im Internet auch, ähm, äh, oder auch Kaffeeweißer, ne, weil, äh, wenn du nichts da hast, keine frische Milch, kein gar nichts, klar, wir haben jetzt hier Bauern und sonst was, und könnten wahrscheinlich auch frische, dann immer holen und uns sie auch hier einfach selber abkochen und so weiter und so fort, alles gar kein Problem, aber wie gesagt, ich möchte gucken, größtenteils, wie gesagt, autark und, und alles hier, ne, alles zu haben hier, dass ich mich selbst versorgen kann und die Familie selbst versorgen kann, und deswegen ist, äh, dieser Gedanke nach Milchpulver gar nicht so doof, denn, erstens ist das Milchpulver wesentlich länger haltbar, so vom, rein vom MHD her schon, zum anderen ist es aber auch so, sowohl bei diesen Konserven, als auch bei, äh, hier diesen Nudelpackungen oder auch eben dem Milchpulver, selbst wenn das MHD überschritten ist, ey, ich persönlich hätte kein, keine Bauchschmerzen, mir trotzdem damit weiterhin meine Milch anzurühren und meine, meine, mein Essen damit zuzubereiten, ja, ich würde es trotzdem noch essen, weil ich mir, oder auch hier diese, wenn diese Ravioli jetzt hier schon ein Jahr abgelaufen wären oder zwei Jahre abgelaufen wären, hätte ich keine Bauchschmerzen, damit es trotzdem aufzureißen und trotzdem zu essen, wäre mir vollkommen egal, weil MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum eben heißt und nicht, ähm, ein Tag später ist es komplett schlecht und du verdirbst dir den Magen damit, ja, ähm, und so ist es halt eben auch zum Beispiel beim Milchpulver, es hält sich wesentlich länger und man kann immer damit, äh, kochen, ähm, oder sein, sein, sein Essen zubereiten oder ein Glas Milch sich einfach zusammenrühren, ja, wenn man Bock auf ein Glas Milch hat, ob das jetzt genauso schmeckt, wahrscheinlich nicht, aber ihr seid froh, wenn ihr es habt und nicht immer nur Wasser trinkt oder sonst was, ja, deswegen auch das und hier insgesamt 2,6 Kilogramm, ähm, ja, dazu zählt sowas wie Joghurt oder sonst was, ne, aber wie gesagt, da, ähm, haben wir zwar auch alles da, aber verlasse ich persönlich mich nicht so sehr drauf, ich hab dann eher so, wie gesagt, das Milchpulver und so, weil, ähm, ich persönlich einfach, ne, es ist länger haltbar, ich bin da auf Nummer sicher, so, dann 1,5 Kilogramm Fisch, Fleisch, Eier und Volleypulver steht hier mit dabei, ähm, und ja, Volleypulver, sag ich, haben wir jetzt hier nicht da, aber ist voll sinnvoll, glaube ich, da zu haben, das sage ich euch genauso, wie es ist, ich glaube, es ist halt echt voll sinnvoll, eben weil Eier nicht so lange haltbar sind, mit Volleypulver kann man sich zur Not was zusammenmischen und vielleicht, ich weiß nicht, kann man mit Volleypulver auch mal ein Spiegelei, Spiegelei wahrscheinlich nicht, aber ein Rührei machen, ich glaube schon, das könnte, könnte ich mir gut vorstellen, einfach mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr hier so eine Dose Paprika oder sowas habt, ja, einfach mal so eine Dose Paprika aufmachen, ein bisschen klein schnippeln, ähm, ein bisschen Volleypulver mit Wasser hier mischen und dann das alles schön zusammenrühren, äh, im Holzofen, äh, ein bisschen Feuer machen, oben eine Pfanne drauf, gib ihm, hier, ich glaube, das ist ein Gericht, das ist schnell zubereitet, ähm, du hast ein bisschen Gemüse drin, du hast Ei drin, also du hast Proteine drin, ähm, vielleicht noch ein paar Bratkartoffeln dazu, bam, du hast ein geiles Gericht, schnell gezaubert, ähm, macht satt und du hast alles drin, was du brauchst, ja, ähm, ist eine coole Sache und dann natürlich sowas hier wie Fisch, haben wir ja auch in Zeiten von Konserven hier, ähm, Makrelenfilets zum Beispiel, nicht so mein Ding, das hier schon eher, das ist einfach Kindheitsfeeling, Heringsfilet mit Tomatencreme, das ist so geil, einfach diese, dieses typische, Heringsfilet und dann hier mit, mit dieser Tomatensauce dabei, das schön auf dem Brot, und, oh, geil, hier auch, äh, hier, hier auch von einer anderen Marke nochmal, das hier ist vom Kaufland, das hier ist von, keine Ahnung, Appell, Makrele, Gourmetfilets, einfach geil, ja, Heringsfilet, das hier ist Makrele, ist eigentlich fast egal, was das für ein Fisch da drin ist, hauptsache schön diese Tomatencremesuppe mit dabei, äh, Tomatencremesuppe, ja, Tomatencremesauce da mit dabei, ähm, das schön auf, auf, auf Brot, dann hat man schön, schön was zu essen, und wie eben schon bereits, erwähnt, wie gesagt, Angeln sind drüben da, ich hab hier ein schickes Messer, auch da kann man sich dann quasi Fisch dann somit immer neu besorgen, aber von diesen Dingern haben wir auch eine ganze Menge da, das sind jetzt hier, äh, 100 Gramm, ähm, also genau, Netto-Füllmenge 200 Gramm, Fisch, äh, Fischhauswaage 100 Gramm, ja, okay, ähm, aber da kriegt man auch schnell die 1,5 Kilo zusammen, auch, äh, dann hier mit, mit Volleypulver, was man sich zum Beispiel im Internet noch bestellen kann, äh, und Eier wiegen ja auch ein, ein bisschen was, ähm, aber ich, wie gesagt, mit frischen Eiern bin ich halt vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie lange sind frische Eier haltbar, eine Woche, zwei Wochen, irgendwann ist halt auch Schluss damit, und, ähm, das heißt, man muss dann, wenn man die da hat, schon gucken, dass man innerhalb von einer gewissen Zeit die aufbraucht, und bei den, ähm, Mengen an Lebensmitteln, die man jetzt hier hat, ist halt die Frage, ob man das in der gewissen Zeit dann auch schafft, weil, ähm, gerade in solchen Zeiten fände ich es sehr schade, wenn einfach Lebensmittel am Ende weggeschmissen werden müssen, ähm, und deswegen, ja, wir haben zwar Eier da, aber ich persönlich, ich versuche darauf eigentlich so nicht, mein Fundament zu bauen, wenn ich, also, beziehungsweise das Haus nicht auf dieses Fundament zu bauen, ja, ähm, so, ne, so viel dazu, und hier steht dann halt auch noch dabei, bitte beachten Sie, dass frische Eier nur begrenzt, äh, äh, lagerfähig sind, ähm, Volleypulver ist hingegen mehrere Jahre haltbar, ne, das ist eben genau das, was ich auch eben gesagt habe, ähm, deswegen finde ich Volleypulver wesentlich sinnvoller, verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung, weil es einfach Sinn macht, ja, ähm, Fette und Öle, ähm, ja, Fette und Öle sind verdammt, verdammt, verdammt wichtig, äh, wir haben zum Beispiel, ähm, von diesem typischen Sonnenblumenöl, diese, äh, von Tomi, Tony oder sowas sind die glaube ich, Tomi, diese Glasflaschen, von denen haben wir bestimmt 10 Stück da, aber immer, die haben wir das ganze Jahr über immer da, weil, wenn ich mal Bock hab, einfach, wir haben so einen schönen Wok, wir haben zwar keine Fritteuse, aber wir haben so einen schönen Wok, und wenn ich mal Bock hab, also so eine Wokpfanne, ja, wenn ich mal Bock hab, mir irgendwas zu frittieren oder irgendwas, dann will ich das sofort machen können und nicht erst dafür einkaufen müssen, und deswegen haben wir immer so viel Öl grundsätzlich da, ähm, da kann ich mir das einfach da reinkippen, eine ganze Flasche, und dann kann ich da was drin machen, würde ich jetzt zur aktuellen Zeit wahrscheinlich nicht machen, weil das sehr verschwenderisch wäre, aber, deswegen haben wir davon sowieso immer da, viel von da, und meine Frau, die isst sehr gerne Rama, mir, mir ist es persönlich egal, was ich aufs Brot schmiere, ob das Rama ist, ob das Butter ist, ob das Salzbutter ist, das ist mir vollkommen Wumms, ja, ob das pflanzlich ist, ob das tierisch ist, Hauptsache ich hab irgendwas, was ich mir auf die Stulle schmieren kann, als Grundlage, ja, unter die Wurst, wobei ich würd's auch zur Not ohne essen, oder einfach ein bisschen Ketchup drauf machen, oder ein bisschen Mayonnaise drauf machen, würde ich zur Not auch machen, aber ich hab ganz gerne, wenn ich eine Scheibe Brot hab, hab ich ganz gern irgendwas als Grundlage, was ich mir drauf schmiere, und dann kommt da drauf entweder Wurst, oder Käse, oder Marmelade, oder Honig, oder Heringsfilet, oder egal was, ja, und mir ist es wurscht, was ich da drauf schmiere, ist komplett egal, und meine Frau isst, wie gesagt, gerne Rama, und deswegen schaut sie immer, wenn es irgendwo im Angebot, bei Kaufland, oder sonst wo bei Rewe, ein Angebot gibt, wo man Rama, ähm, äh, Margarine, halt eben günstiger bekommt, ähm, dann ist die meistens direkt da, und dann kauft die direkt fünf Packungen, zehn Packungen, oder so, ähm, ist jetzt im aktuellen, äh, 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 Zeitpunkt vielleicht nicht so ratsam, weil Hamsterkäufe, das ist definitiv ein Hamsterkauf, wenn du dir fünf oder zehn Packungen Margarine kaufst, ähm, aber, ja, zur Not, sowas kann man sich, wie gesagt, auch immer mitnehmen, und es ist gut, das da zu haben, ähm, Fette und Öle, wie gesagt, auch generell zum Zubereitung, ich meine jetzt hier, klar, für so eine Dose Ravioli und so, ist es wurscht, da ist schon alles drin, was du brauchst, du musst es nur warm machen und essen, aber wenn du jetzt hier zum Beispiel Bratkartoffeln machen möchtest, oder, ähm, ja, bei den Nudeln machen manche ja vielleicht dann auch, äh, für die Soße dann nochmal so ein bisschen, äh, Butter oder sowas mit dabei, ähm, generell, oder auch wenn ich einen Fisch geangelt habe, jetzt zum Beispiel, möchte frischen Fisch zubereiten in so einem Ofen, ähm, oder wenn ich ein Brot, wenn ich so eine, so eine Backform oder sowas dann dafür habe, macht es vielleicht da auch Sinn, das zu fetten, ähm, deswegen, sowas immer da zu haben, auf jeden Fall sinnvoll, und auch da, äh, hat man eben den Vorteil, dass es meistens sehr lange haltbar ist, auch bei der Margarine steht ein MHD drauf, aber es ist oft so, dass es auch noch danach lange noch weiterhin haltbar sein wird, ja, ähm, genau, oder auch Öl, ja, hätte ich jetzt auch nicht so Bauchschmerzen damit, wenn das Sonnenblumenöl abgelaufen ist, ist es trotzdem noch zu verwenden, sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist, habe ich kein Problem mit, ja, im Notfall ist mir das komplett egal, ja, so, und dann natürlich Sonstiges nach Belieben, steht jetzt hier noch mit dabei, ach so genau, Öle und Fette übrigens, pro Person dann für 10 Tage, 357 Gramm, wir haben mehr, das kann ich schon mal direkt dazu sagen, wir haben mehr, ähm, und in aktuellen Zeiten würde man damit auch natürlich sparsamer umgehen, um halt weiter die Fähigkeit zu besitzen, Nahrungsmittel, andere Nahrungsmittel zuzubereiten, deswegen, sowas immer da zu haben, ist nie verkehrt, ja, ähm, sonstiges nach Belieben steht hier noch sowas drauf, wie Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte, zum Beispiel Ravioli, gekochte Tortellini, äh, Fertigsuppen, Kartoffeltrockenprodukte, zum Beispiel, Kartoffelbrei, ne, oder hier zum Beispiel so Knödelzeugs, äh, Mehl, Instantbrühe, genau, da haben wir auch ganz viel da, Kakaopulver, Hartkekse und Salzstangen, und da, genau, haben wir, also Kekse, wir haben voll viele Kekse hier, ähm, Salzstangen haben wir auch hier, Porridge haben wir auch hier, steht jetzt hier nicht drauf, aber Porridge ist zum Beispiel auch so eine Sache, es ist sehr nahrhaft, du hast ein paar Früchte mit drin, du hast, äh, ja, einfach so ein, das Porridge ist verdammt gut und lecker und gesund, meiner Meinung nach, ähm, klar, ich hab halt auch, ich hab Porridge Sorten, äh, auch mit ein bisschen Zucker mit dabei, von, ähm, irgendwas mit Bier oder sowas, also irgendwas mit Bär, äh, heißt die Marke, auch von Amazon Eigenmarke, glaube ich, ähm, schmeckt verdammt gut und ihr braucht einfach nur warmes Wasser zum Zubereiten, es ist ein so einfaches Lebensmittel, es ist gut und lange haltbar, ähm, gut lagerbar und, äh, äh, ey, total gut, ja, Kekse kann man auch, äh, da haben, wie gesagt, Kartoffelbrei-Pulver, Instantbrühe, wir haben, keine Ahnung, diese typischen Soßen, diese, diese, äh, Soße zu braten, oder, äh, Gemüsebrühe-Zeugs, also das ist, das ist sowas Einfaches, ähm, äh, aber generell auch Gewürze steht jetzt hier glaube ich gar nicht dabei, hier steht nur Zucker, äh, doch, Jodsalz steht auch mit dabei, ja, ähm, Zucker, Jodsalz, äh, Pfeffer, Paprikapulver, sowas immer da zu haben, ist auch, jetzt klar, wenn man jetzt viele Konserven da hat, ist es nicht unbedingt das Erste, woran man denkt, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier, ähm, ähm, Kartoffel oder sowas einfach da hat und möchte sich selber dann seine Speisen zubereiten, oder wie gesagt, wenn ich jetzt einen Fisch gerade am Angeln bin oder so, ähm, dann sind solche Sachen auch, äh, ganz gut immer da zu haben, genauso Sachen wie Zwiebeln, ähm, äh, also frische Zwiebeln oder, oder Knoblauch zum Beispiel, wobei auch Knoblauch, ähm, und Zwiebeln man zum Beispiel auch in der Dose bekommt, also Zwiebeln würden mir jetzt direkt diese kleinen Partyzwiebelchen zum Beispiel einfallen und Knoblauch gibt es halt auch eingelegt, äh, in, in Gläsern und so weiter, ähm, das macht definitiv auch Sinn, weil ihr wollt ja auch, wenn ihr zum Beispiel Fisch oder, oder, oder angenommen, ich würde irgendwann, wenn es dann komplett egal ist, also richtig Zombie-Apokalypse ausbrechen sollte oder so und man fängt dann irgendwie an, äh, selbstständig in den Wald zu gehen und, keine Ahnung, sich ein, ein Schwein oder ein Reh oder sonst was zu erlegen, ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommt, aber wirklich, ne, wir machen nur ein Gedankenexperiment hier, ähm, und das dann hier mit seinem Messerchen dann auseinander nimmt, äh, und sonst was, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hab das noch nie gemacht, aber ich wohne auf dem Dorf, ich kenne hier den ein oder anderen Jäger, also, dieses Wissen sich anzueignen sollte dann auch kein Problem sein, aber, ähm, wenn man das alles gemacht hat, dann möchte man auch, dass es ja nach was schmeckt, ja, ein bisschen, ein bisschen Knoblauch dran, ein bisschen Paprika dran, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ja, das gehört einfach dazu, deswegen sowas immer da zu haben, ist immer eine gute Sache, habt immer genügend Salz da, habt immer genügend Pfeffer da, Paprikapulver, ähm, und solche Sachen halt einfach, ja, oder Knoblauch halt auch, oder Zwiebelchen, weil, ähm, ganz ehrlich, ähm, wir haben eine gewisse, einen gewissen Lebensstandard mittlerweile als Menschheit erreicht, ähm, ja, der einfach einen gewissen Luxus schon teilweise halt eben hat, Luxus ist jetzt etwas klar, was man nicht unbedingt braucht, aber wir haben einfach diesen gewissen Lebensstandard, wo wir einfach gewöhnt sind, dass unsere Lebensmittel eine bestimmte Würze halt einfach haben, und wenn das von jetzt auf gleich wegfällt, klar, kann man zur Not immer noch mit überleben, aber ob es dann so viel Spaß macht, ist halt die andere Frage, und deswegen, also, ne, mit Gewürzen macht's Leben einfach noch länger und mehr Spaß, und gerade halt auch so eine, so eine, so eine, ähm, wie, Gemüsebrühe oder sowas, oder so eine, was steht hier, Instantbrühe oder sowas dazu haben, äh, dass man vielleicht einfach ein Stück Fleisch einfach in so einer Suppenbrühe einfach aufkochen kann, oder sonst was, ist halt auch nochmal eine ganz, ganz andere Sache, ja, oder so eine, so eine, so eine Hühnersuppe sich dann halt einfach selber dann auch machen kann, zum Beispiel, ja, ähm, auf jeden Fall eine wichtige Sache, und Schokolade, ja, äh, das ist jetzt hier nur ein Beispiel, äh, ich hab jetzt hier zum Beispiel, äh, Alpensahne, und dann hab ich hier noch Herbesahne, und hier hinten hab ich sogar noch was ganz anderes, das bin ich nämlich gerade am Futtern, äh, Kaffeesahne, ja, das ist so, sowieso Kaffeeschokolade, äh, stehe ich auch total drauf, äh, aber grundsätzlich generell Schokolade, Leute, guckt, dass ihr Schokolade zu Hause habt, gerade in solchen Zeiten, ähm, ich kann gar nicht beschreiben, wie wichtig das ist, weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn, wenn ihr, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr zu Hause seid, ihr habt jetzt zum Beispiel auch, wichtig vielleicht auch noch zu sagen, ein Radio, ein Radio, was mit Batterien, äh, läuft, und immer genügend Ersatzbatterien auf jeden Fall da haben, vielleicht auch Funkgeräte, Funkgeräte auch mit Ersatzbatterien, ja, ähm, weil, wenn ihr zum Beispiel über das Radio dann irgendwelche, Hiobsbotschaften hört, keine Ahnung, so und so viel Neuinfizierte, oder, Quarantäne wird so und so lang, länger anhalten, oder, 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 ihr hört irgendwelche Sachen, die euch vielleicht Angst machen, oder die, ähm, die, die, ja, alles andere als beruhigend sind, dann ist es auf jeden Fall, fucking nochmal beruhigend, Schokolade da zu haben, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das für eure Seele sein kann, ja, äh, einfach sowohl, wie gesagt, zu wissen, okay, hey, ich kann meine Nahrung selber zubereiten, und sonst was, ich kann mir, ähm, Nahrungsmittel weiterhin beschaffen, ähm, vielleicht hat der ein oder andere, vielleicht sogar im Garten ein kleines Gewächshäuschen, wo er selber Kartoffeln angebaut hat, oder, äh, Karotten, oder, ne, sonst was, ähm, all diese Sachen, diese Sorgen, klar zum einen, dass man physisch, ähm, noch weiter in der Lage dazu ist, zu überleben, weil man dann einfach die gewissen Lebensmittel hat, aber nicht nur die, 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 die physische Gesundheit des Körpers ist wichtig, sondern auch die mentale Gesundheit ist wichtig, und, äh, da einfach Schokolade da zu haben, äh, ey, das ist für eure mentale Gesundheit in solchen Situationen so abnormal wichtig, genauso wie hier auch wie diese Ananasstückchen für sich, diese, diese Obstsachen, diese süßen Sachen halt einfach, weil die einfach, ähm, ja, euren Geist am Leben halten, und, äh, abnormal wichtig sind, meiner Meinung nach, wirklich richtig krass wichtig, ähm, deswegen sowas auch immer da haben, ne, ähm, wir haben, also das ist jetzt, wir haben jetzt nicht nur hier drei Packungen Schokolade da, wir haben weitaus mehr da, weitaus mehr da, weil das hält sich ja auch, und auch Schokolade, wenn die abgelaufen ist, ja klar, es kann sein, dass die so ein bisschen weiß dann manchmal wird, nicht nur unbedingt, wenn die abgelaufen ist, auch manchmal, wenn sie kurz vor dem Ablaufen schon ist, das kennt man ja manchmal, dass sie so, so, von Halloween oder sowas, wenn diese Schokolade schon lange liegt oder so, ähm, dass die dann so einen, so einen leicht weichen, weißen, äh, weiße Schicht bekommt, äh, mir ist das total egal, ich hab schon oft auch Schokolade gegessen, wenn die schon so eine kleine weiße Schicht drüber hatte, mir war danach nie schlecht, ich hab keine Bauchschmerzen bekommen, gar nichts, ähm, das ist glaube ich einfach nur irgendwie, der Zucker, der da irgendwie in der Schokolade dann irgendwie reagiert, so ein bisschen, dann sieht das halt so aus, aber, äh, ich mein, solange das jetzt nicht irgendwelche Schokoladen mit, mit, mit einer irgendwie eine sehr, äh, anfälligen Füllung sind, äh, was sehr schnell schlecht werden kann oder so, braucht ihr euch da keine Sorgen machen, sowas wie Zartbitterschokolade oder so zum Beispiel, ist eigentlich glaube ich die Schokolade, die am längsten haltbar ist, ja, ähm, da braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen zu machen, und ganz ehrlich zum Beispiel, ihr könnt im Rewe diese Ja-Schokolade, klar, kann man jetzt halten von was man will, aber so Schokolade zum Beispiel, ist günstig, da kann man mal so ein paar Tafeln von mitnehmen, klar, aktuell, wie gesagt, Hamsterkäufe sind ja untersagt aktuell, aber wenn man aber so zwei, drei Tafeln mitnimmt, ich glaube, das zählt dann noch nicht als Hamsterkauf, und das ist vollkommen in Ordnung, und wenn man jetzt aktuell einmal pro Woche einkaufen geht, und dann einmal pro Woche dann zwei, drei Tafeln davon mitnimmt, auch wenn man sie dann nicht unbedingt isst, macht auf jeden Fall Sinn, es ist günstig, ähm, und es ist immer sinnvoll, davon einen Vorrat da zu haben, für die geistige Mentalität, für die Gesundheit einfach, im, im Kopf, ja, ähm, kann ich euch nur zu raten, genau, das ist das, was hier auf jeden Fall alles drin steht, ähm, jetzt kommen wir hier zur, ähm, persönlichen Checkliste, hier stehen nämlich auch nochmal ein paar Sachen drauf, und hier kann man dann auch nochmal sein, seine Häkchen dann wieder hintersetzen, ihr merkt schon, das wird ein sehr langes Video, aber ich mach's auch wirklich nur für die Leute, dieses Video, die es, die das wissen wollen, wie ich persönlich mich vorbereitet habe, und die vielleicht auch einfach, ja, äh, äh, selbst einfach nochmal gegenchecken wollen, ob sie jetzt wirklich auch alles da haben, was so, was man so da haben sollte, ähm, oder unter Umständen, vielleicht sagt ihr jetzt, hier, Mensch, äh, du hast ja zum Beispiel daran gar nicht gedacht, ja, zum Beispiel, ich hab ja, wie gesagt, jetzt hier die Möglichkeit mit Holzofen, etc., pp, ähm, mich zu bekochen, andere haben das jetzt eventuell nicht, haben keinen Holzofen, weder draußen noch drin, ähm, da wäre vielleicht sowas wie ein Gaskocher, mit Gaskartuschen, kann man sich auch online bestellen, und, ähm, ist auch nicht so teuer, und man kann auch damit autark dann kochen, so, äh, wäre vielleicht auch noch so eine Sache, hab ich jetzt, wie gesagt, bin ich jetzt hier nicht näher drauf eingegangen, aber solltet ihr da noch weitere Ideen haben, die Kommentare stehen euch komplett zur Verfügung, und ich denke mal auch die Zuschauer, die dieses Video sehen, und vielleicht auch, ähm, um sich selbst zu beruhigen, ähm, dieses Video hier sehen, die freuen sich bestimmt, wenn in den Kommentaren noch weitere nützliche Tipps, ähm, dastehen, weil wie gesagt, ich gehe jetzt hier mein, äh, mein Bedarf durch, ich hab ein eigenes Haus, ja, das ist, nicht jeder von euch wohnt in einem eigenen, äh, in den eigenen vier Wänden im eigenen Haus, ja, äh, dementsprechend, vielleicht wenn ihr auch irgendwelche Tipps zu, zu Lagerungsmöglichkeiten, ich hab hier einfach einen, einen kompletten, eine Speisekammer, ja, einen kompletten Raum, der nur für Lebensmittel da ist, ja, äh, ist zwar hier im Keller, aber, ja, nichtsdestotrotz, ich habe diese Fläche, diesen Raum, hat vielleicht nicht jeder von euch zu Hause, wenn ihr da vielleicht Tipps habt, wie man das in einer normalen Küche irgendwie, oder im Wohnzimmer oder sonst wo unterbringen kann, schreibt es in die Kommentare, andere Leute, die lesen das, die freuen sich über diese Tipps, definitiv, ich habe mir dazu gar keine Gedanken gemacht, weil ich es nicht muss, ja, ähm, genau, so, dann, Liste, Getränke, Check, Häkchen dran, Lebensmittel, offensichtlich, auch hier kann ich einen Check dran machen, so, dann hier steht es als nächstes, Rundfunkgeräte, ja, habe ich eben angesprochen schon, guckt, dass ihr ein Radio da habt, mit Wechselbatterien, oder, noch besser, so ein Kurbelradio, ja, wo ihr einfach kurbeln könnt, und dann, äh, wenn ihr fertig gekurbelt habt, keine Ahnung, für eine halbe Stunde, Stunde Radio hören könnt, ähm, ist zum einen deswegen auch, wie gesagt, da wieder zur mentalen, äh, Gesundheit, wenn ihr ein bisschen Musik hören könnt, oder sonst was, ja, äh, wenn es keinen Strom geben sollte, darüber könnt ihr dann, äh, Musik hören, weil, die Radiostationen und sonst was, werden wahrscheinlich dann mit Notstromaggregaten, äh, versorgt werden, nicht damit alle ihre Musik hören können, sondern damit alle informiert bleiben, ja, aber ich denke mal, Musik wird dann trotzdem auch hin und wieder dort abgespielt werden, wenn sowas, äh, passieren sollte, hier steht auch Rundfunkgerät, für Batteriebetrieb geeignet, oder ein Kurbelradio, ja, macht auf jeden Fall Sinn, oder, ne, sowas, oder vielleicht auch Kurbelfunkgeräte, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber, ne, wenn es sowas gibt, einfach online mal danach suchen, macht auf jeden Fall Sinn, immer sowas da zu haben, ähm, weil, äh, wenn solch eine Notsituation da ist, dann ist Radio der Weg, weil Internet, etc., pp., das wird alles wegfallen, euer Computer wird nicht gehen, euer Smartphone hat irgendwann keinen Akku mehr, ähm, ich weiß nicht, wie das mit den Funkmästen aussieht, generell von, von, von Smartphones und sonst was, ob das überhaupt noch, äh, ob das Netz dann noch aufrechterhalten bleiben würde, aber Radio, äh, wählen, und das war bis jetzt in allen Krisen, oder auch während der Weltkriege und so, war das immer so, Radio, da haben die Leute sich, das hat immer funktioniert, darüber haben die Leute sich immer weiter, äh, auf dem neuesten Stand und informiert gehalten, und, äh, deswegen ist das etwas, was schon, ja, wo man schon weiß, das funktioniert, und wo man sich auch in Zukunft darauf verlassen kann, deswegen immer ein Radio da haben, ihr wollt, ihr wollt definitiv immer auf dem neuesten Stand sein, in so einer Situation, ihr wollt immer informiert bleiben, deswegen habt ein Radio da, ähm, am besten ein Kurbelradio, oder, wenn es eins mit Batterien ist, oder auch Funkgeräte mit Batterien, dann Batteriereserven, steht sogar hier auch immer mit dabei, und da kann ich, ähm, bei beidem Häkchen dran machen, weil ich hab, äh, Batterieradios hier, und ich hab immer, ich hab immer, schon allein wegen Berufs, äh, äh, wegen hier, genug Wechselbatterien, zum Beispiel, ich nehm ja hier, äh, extern mit diesem Gerät hier auf, dieses TASCAM-Interface, auch gerade schon sogar über eine Stunde, aber ist egal, ähm, das Video kann ruhig lange gehen, äh, soll ja sowieso nur die Leute ansprechen, und, äh, erreichen, die sich auch dafür interessieren, und die gucken das Video dann auch ganz, ja, solange es noch geht, ja, ähm, aber, ne, ich will euch, wie gesagt, ja, keine Angst machen, ich will euch hier beruhigen, ne, deswegen, aber trotzdem, beruhigend ist, wenn man vorbereitet ist, beruhigt ist, wer vorbereitet ist, das ist einfach so, wenn ihr vorbereitet seid, dann macht ihr euch nicht so viele Sorgen, weil ihr euch denkt, naja, alles, wozu ich mich vorbereiten kann, bin ich vorbereitet, so, so what, ja, ähm, deswegen sowas immer da haben, macht auf jeden Fall Sinn, Hausapotheke, und da haben wir uns auch sehr, sehr, sehr gut vorbereitet, ähm, auch das ist aber vielleicht eher so ein bisschen individueller, weil der eine bekommt eher Verstopfung, der andere bekommt eher Durchfall, der nächste hat oft Kopfschmerzen, der nächste hat oft Husten, ja, oder bekommt leichter mal eine Grippe oder so, da muss jeder so ein bisschen auf seine individuellen Bedürfnisse eben schauen und, ähm, da dementsprechend die Hausapotheke aufstocken, ähm, aber trotzdem gibt es so ein paar allgemeine Sachen, wo es immer sinnvoll ist, die da zu haben, selbst wenn man nicht oft diese Krankheiten hat, ja, zum Beispiel sowas wie Ibuprofen immer mal da zu haben, auch wenn man nicht oft Kopfschmerzen hat oder oft Schmerzen hat oder so generell, äh, wenn der Fall eintritt, dass ihr Kopfschmerzen habt oder wenn der Fall eintritt, dass ihr irgendwelche Schmerzen habt, weil ihr euch verletzt habt oder, 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 wenn ihr Schmerzmittel dann da habt, dann seid ihr so fucking froh, dass ihr sie da habt, ähm, und das, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber hier steht es auf jeden Fall drauf, ich kann es ja mal vorlesen, DIN Verbandskasten, ja, zum Beispiel diese, diese, ich glaube so ein typischer Autoverbandskasten, der ist ja auch nach DIN-Norm, dann, äh, vom Arzt verordnete Medikamente, wenn ihr zum Beispiel herzkrank oder sonst was seid, guckt, dass ihr davon immer ausreichend da habt, ja, äh, zur Not vielleicht in der aktuellen Situation noch mal zum Arzt gehen, wenn es, wenn es wirklich wichtige Medikamente sind und vielleicht den Arzt darum bitten, wenn es herzkrank, äh, Herzmittel sind oder sonst was, dass ihr vielleicht noch mal ein Rezept bekommt, dass ihr eins mehr bekommt noch mal, dass ihr ein bisschen noch mal zu Hause da habt, wenn das, ne, vielleicht kann man das mit dem Arzt ja so absprechen, ähm, Schmerzmittel, hier steht halt auch drauf, ganz wichtig, also Verbandskästen haben wir sowieso immer da, dann Medikamente, ich habe sogar meine Oma, die ist nämlich herzkrank, auch gesagt, äh, ob sie noch genügend da hat, wenn nicht, würde ich ihr da noch mal zur Opa-Tüke gehen und ihr noch mal was holen, Schmerzmittel, Hausdesinfektion, äh, Hautdesinfektionsmittel, und, äh, da sind wir in einer doppelt und dreifach glücklichen Situation, denn zum einen, ähm, also, ist auch wieder Glück im Unglück so ein bisschen, aber dadurch, dass mein Sohn, ähm, bei seiner Geburt, oder nach seiner Geburt, leider eine Überdosis, äh, eines Antibiotikums bekommen hat, durften wir sehr, sehr, sehr lange Zeit ihn nur anfassen, wenn wir unsere Hände, und generell, wenn wir uns gründlich desinfiziert haben, weil jeder, äh, Keim oder alles mögliche, weil sein Immunsystem war komplett, da war also nicht vorhanden, ja, jeder Keim, jeder Virus, alles, jedes Bakterium, was wir auf den Händen hätten, hätte, äh, ihn infizieren können, oder vielleicht sogar tödlich für ihn sein können, deswegen, ähm, hatten wir hier zu Hause diese typischen, wie im Krankenhaus, diese Pumpdesinfektions, diese, diesen blauen, äh, Flüssigkeiten, also blau-grüne Flüssigkeit ist das, glaube ich, wenn man da so drauf pumpt oben, dann, äh, schön desinfizieren, was danach so, so wie so einen kleinen Fettfilm, dann auf den, auf den Händen dann noch lässt, was sehr angenehm ist, und somit die Hände halt auch nicht so krass austrocknet, ähm, und davon habe ich einfach so 10 Flaschen oder so bestellt, ja, und die haben wir auch immer noch da, die verwenden wir aktuell, die brauchen wir aktuell auf, äh, halt immer, wenn wir, äh, ins Haus wieder reinkommen, wird einmal die Hände desinfiziert, macht ja Sinn, oder wenn wir ein Paket zum Beispiel entgegengenommen haben oder so, bei jedem Kontakt mit der Außenwelt wird einmal desinfiziert, ähm, deswegen haben wir da sehr viel von da, ähm, und dadurch, dass ich ja hier, äh, diesen YouTube-Kanal habe, und halt auch mal mit viel mit 3D-Druck mache, also, und auch mit, mit Resin-3D-Druck, und auch generell mit Filament-3D-Druck, ähm, habe ich sehr, sehr, sehr viel Isopropanol hier, was auch sehr gut als Desinfektionsmittel dient, ne, also, da haben wir sehr gute Vorteile, und natürlich Wunddesinfektion, also so Wundspray, haben wir tatsächlich auch noch, ich glaube, ein, zwei Flaschen von diesem Wunddesinfektionsspray da, ähm, wir haben sogar, ähm, aus bestimmten anderen Gründen, dieses, dieses, äh, OP-Wunddesinfektionsmittel hier, dieses mit, mit Jod oder sowas, äh, wie heißt das, Iso-Beta-Donner oder sowas, äh, nennen die das glaube ich immer, also das, was im Grunde genommen vor einer OP draufkommt, was dann immer so, so gelb auf eurer Haut dann so draufbleibt, davon haben wir eine ganze Liter Flasche sogar hier, oder sind es 500, 500 Milliliter, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall so eine riesengroße grüne Flasche ist das, ähm, davon braucht man auch nicht viel, äh, das haben wir auch aus gewissen Anlässen hier, äh, sowieso schon da gehabt, und das kommt uns jetzt natürlich zugute, dann, Mittel gegen Erkältungskrankheiten, sowas wie Tee zum Beispiel, da denkt jetzt keiner dran, aber Tee, ja, äh, oder diese typischen Vitamin C, diese Brausetabletten, da gibt es hier diese kleinen Röhrchen, Vitamin C, Magnesium, Zink, etc., pp., sowas auch immer da haben, voll wichtig, ähm, 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 Erkältungssalbe, hier diese Wicksalbe zum Beispiel, die man sich auf die Brust schmieren kann, oder vielleicht für ein Erkältungsbad, ja, äh, so, so Sachen da zu haben, immer, äh, eine tolle, tolle Sache, dann hier als nächstes Fieberthermometer, ähm, wir haben zwar digitale Fieberthermometer, wo man auf der Stirn dann so, ne, mit Dings, mit Laser und sowas messen kann, aber auch hier bietet es sich natürlich an, noch ein herkömmliches, altes Fieberthermometer einfach zu haben, was man einfach mal unter die Achseln, oder unter die Zunge, oder in Bobbes, was du sonst wo reintun kannst, ähm, was analog noch eben ist, ja, weil, das kannst du halt immer benutzen, ja, ähm, haben wir auf jeden Fall aber auch da, Mittel gegen Durchfall, total wichtig, was gegen Durchfall da zu haben, ähm, haben wir auch wirklich immer da, so, so, so paar Tabletten gegen, gegen, gegen Durchfall, ähm, gibt es aber auch natürlich, äh, natürlichen Wege, wenn ihr Bananen oder sowas da habt, könnt ihr auch das, nehmen, aber auch da wieder Bananen leider nicht so lange haltbar, ähm, Insekten und Sonnenbraten, Sonnenbrandsalbe, äh, Insektenstich und Sonnenbrandsalbe, wir haben immer Phenestil da, immer, und, ähm, seitdem ich mal so einen richtig heftigen Sonnenbrand hatte, haben wir auch immer mal so ein bisschen von dieser, äh, von diesem Aloe Vera Gel, ja, weil, äh, dieses Aloe Vera Gel, äh, so ein grünes Gel ist das, wenn ihr Sonnenbrand habt und ihr tut das da drauf, glaubt mir, das ist so angenehm, ähm, und, ja, das haben wir auch immer da, ähm, Splitter, äh, Splitterpinzette, ja, generell Pinzetten, äh, habe ich sowieso hier vom 3D-Druck auch immer, ähm, und nicht nur für Splitter ist das wichtig, sondern auch, falls ihr doch mal irgendwo draußen im Wald wart und habt euch eine Zecke eingefangen oder so, es ist immer wichtig, so Pinzetten, solche, solche Werkzeuge da zu haben, Pinzetten, Nagelklipser, Nagelfeile, ähm, sowas solltet ihr immer da haben, so, dann, äh, Dokumentensicherung, ja, verdammt nochmal wichtig, vielleicht nicht in der Krise selbst, aber danach, ja, ihr müsst euch ausweisen können, oder vielleicht auch manchmal in der Krise, wer weiß, ja, ihr müsst euch ausweisen können, ihr müsst, äh, hier steht, haben sie festgelegt, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind, zum Beispiel sowas wie, euer Personalausweis, Geburtsurkunde, Führerschein eventuell auch, ähm, Geburtsurkunde vom Sohn, dann hier sowas wie Vaterschaftsanerkennung, dann die, das gemeinsame Sorgerecht, ja, ähm, 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 Wertpapiere unter Umständen, ja, falls ihr Wertpapiere noch in, in, in wirklich Papierform habt, äh, eure Kontokarte, ja, ähm, ja, diese ganzen Sachen halt einfach, äh, äh, dass ihr sowas, Steuernummer, was weiß ich, diese ganzen Sachen einfach immer, äh, an einem Ort, gesichert, brandfest, gesichert, in einer Kassette am besten haben, dass ihr, im, wenn ihr das Haus verlassen müsst, direkt wisst, okay, da ist das, ja, ähm, gut, meistens Ausweis und, 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 äh, Ausweis und, und, ähm, Führerschein, so hat man meistens im Geldbeutel, aber, ne, Geldbeutel einstecken, diese Kassette mit den wichtigen Unterlagen, vielleicht holen, wo alles drin ist, und, äh, das ist auf jeden Fall immer wichtig, aber, ich weiß nicht, ob das jetzt hier mit dabei steht, aber ich sag's euch trotzdem nochmal, scannt das Ganze nochmal ein, packt es auf dem USB-Stick, und macht euch diesen USB-Stick an euren Schlüsselbund zum Beispiel, den ihr definitiv nicht vergessen werdet, also, wo ihr wisst, den nehm ich immer mit, oder packt den, äh, packt euch so einen kleinen USB-Stick, es gibt ja hier auch solche, solche, solche ganz kleinen USB-Sticks zum Beispiel, ja, ähm, einfach ins, ins, ins Münzfach von eurem Geldbeutel reinpacken, sowas, ja, ähm, und da drauf dann die Kopien von den ganzen wichtigen Unterlagen, ja, ähm, sowas macht zum Beispiel auch immer Sinn, hier, haben sie festgelegt, welche Dokumente unbedingt, äh, erforderlich sind, ja, sind in dieser, in dieser Dings, äh, drin, äh, sind ihre Unterlagen, äh, zweckmäßig geordnet, ja, macht natürlich halt auch Sinn, zweckmäßig diese geordnet zu haben, meistens hat man die ja in irgendwelchen Ordnern oder sowas halt auch noch drin, ähm, sind von wichtigen Dokumenten Kopien vorhanden und diese gegebenenfalls beglaubigt, ja, äh, es macht auch Sinn, ähm, zum Beispiel von einer Geburtsurkunde und sowas beglaubigt, weil ihr könnt das klar euch einfach kopieren, mit einem Kopierer, hier besteht allerdings die Gefahr, dass man euch hinterher nicht glaubt, dass es echte Originale sind oder sowas, oder, weil man sieht ja, dass es eine Kopie ist, aber es besteht halt die Gefahr, dass, dass einer sagt, ja, okay, vielleicht hast du aber auch irgendwas bearbeitet daran, ja, wir wissen ja nicht, ob das jetzt ein originales Dokument ist, ja, ähm, deswegen, äh, ihr könnt auch zur Gemeinde gehen zum Beispiel, ähm, und dort euch eine beglaubigte Kopie machen lassen, von euren Dokumenten, ja, ähm, haben sie eine Dokumentenmappe angelegt, ja, sowas macht definitiv Sinn, so eine Mappe dafür zu haben, sind Dokumentenmappen oder wichtige Dokumente griffbereit, ja, das sollte immer griffbereit sein, ihr müsst immer wissen, wo ist das, am besten an einem Ort, und, äh, wie gesagt, vielleicht, wenn ihr mehrere Orte habt, vielleicht zum kleinen feuerfesten Schrank oder sowas, ähm, macht Sinn, macht wirklich Sinn, das so zu machen, so, äh, sowas, wie gesagt, das auch mit dem USB-Stick steht jetzt hier nicht drauf, aber halte ich persönlich auf jeden Fall nochmal für sinnvoll, sowas zusätzlich nochmal zu haben, ne, weil, wer weiß, keine Ahnung, man, äh, hat diesen feuerfesten Schrank, man packt das raus, äh, man, man ist draußen irgendwo unterwegs, weil das Haus zusammengestürzt ist oder sonst was, und, äh, äh, es regnet, ähm, die Dokumente liegen blöd, in der Tasche, alles ist nass, alles ist nicht mehr lesbar, scheiße, so, dann habt ihr aber noch alles auf dem USB-Stick, sind zwar dann keine beglaubigten Kopien auf dem USB-Stick, aber ihr habt es noch, ja, ihr seid froh in so einer Situation, wenn ihr überhaupt noch etwas dann habt, ja, ähm, deswegen würde ich das als sinnvoll noch erachten, dann, Hygieneartikel, Seife, Waschmittel, Seifenstück, hier diese typische Kernseife, ja, CD-Seife, das ist das Beste überhaupt, weil das könnt ihr für alles benutzen, mit so einem Stückchen Kernseife, das könnt ihr zum Waschen für euren ganzen Körper nutzen, ihr könnt das so ein bisschen, ähm, in den Händen verteilen, könnt es euch zum Haare waschen, könnt ihr das benutzen, klar, es macht die Haare trocken, bla, 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 kann mir jetzt sonst was einer erzählen, aber es funktioniert, du kannst deinen Körper mit, rein, nur mit Kernseife, kannst du deinen gesamten Körper sauber halten, im Notfall, ja, klar, ist Duschgel und, und Shampoo, und ist alles toller und besser und schöner und Luxus, braucht man nicht, es geht auch mit Kernseife, ja, ähm, Waschmittel, ähm, zum Waschen natürlich auch, gibt es zum Beispiel, ähm, klar, man kann jetzt einmal Waschmittel für, für, für Waschmaschinen und sonst was noch dran denken, aber wie gesagt, auch da, wenn irgendwann kein fließend Wasser, kein fließend Strom mehr ist, dann sagt eure Waschmaschine auch, ich, äh, ich mache dann mal Feierabend, ja, äh, und deswegen halte ich es auch noch für wichtig, dieses Reisewaschmittel zum Beispiel zu haben, aus der Tube, ja, äh, womit man einfach mal in, in einem Eimer oder in einem Waschbecken einfach mal was waschen kann, oder von mir aus sogar am Fluss was waschen kann, ja, einfach mit diesen, diesen Waschmittel aus der Tube zum Beispiel, oder gibt es auch in so Bottichen, wo man einfach so ein bisschen was dann rausnimmt, oder es gibt zum Beispiel auch natürliches Waschmittel, diese, diese Kastanien, äh, zum Beispiel, das kriegt ihr sogar im, beim Kaufland habe ich das auch schon gesehen, so, so mit Kastanien, ähm, Schalen und, und, und dem Inneren von, von Kastanien, das ist ein super natürliches Waschmittel, ähm, funktioniert einwandfrei, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, das heißt auch hier kann ich definitiv ein Häkchen dran machen, dann, Zahnbürste und Zahnpasta, ähm, verdammt wichtig, achtet auch in solchen Zeiten auf eure Mundhygiene, denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ihr hier im Mundbereich euch irgendwas einfangt, wenn ihr irgendwie nicht auf eure, äh, medizinische, zahnmedizinische Gesundheit achtet in so einer Situation, weil, ähm, gerade dann ist es noch wichtiger, angenommen ihr habt Zahnschmerzen in so einer Situation und es ist kein Zahnarzt auffindbar, oder, oder, die sind alle überlastet oder sonst was, ihr dreht durch, ja, und auch da wiederum Schmerzmittel, ne, aber ihr dreht durch, deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr immer Zahnpasta da habt genügend und auch, ähm, Zahnbürsten, zur Not einfach so, so ein paar Zahnbürsten, gibt's ja auch so, 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 Zehnerpacks manchmal, einfach so diese Billig-Zahnbürsten, das ist scheißegal, ist, habt Sache, ihr habt ne Zahnbürste, egal was das für eine ist, ja, ihr seid froh, wenn ihr dann eine Zahnbürste da habt, ja, haben wir aber auch immer da, so, dann, äh, Sets, äh, Einweggeschirr und Besteckstücke, ja, Einweggeschirr, ich hab halt grundsätzlich hier vom, vom Angeln halt immer noch so mein Geschirr, ich hab halt auch so ein, so ein, so ein Bundeswehrgeschirr, aber wir haben natürlich auch immer, ähm, 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 also so Einweggeschirr hab ich jetzt tatsächlich so nicht da, so Plastikgeschirr oder so, aber ich hab immer halt hier so, so, so wiederverwendbares Geschirr und auch so ein Messer ist da dann natürlich toll, ich kann dazu nur auch meine Stulle mitschmieren, ich kann da mein Fleisch mitschneiden, ich kann hiermit eigentlich prinzipiell alles machen, das, sowas ist sehr, sehr, sehr gut zu haben, es gibt aber auch so, so Bundeswehr-Sets, wo ihr dann, äh, Löffel, Gabel, Messer, alles drum und dran, immer griffbereit dabei habt, das kann man kurz mit ein bisschen, das ist halt aus Edelstahl, das heißt, das rostet, da rostet auch nichts, ähm, das kann man auch zur Not ganz kurz, ähm, wenn ihr zum Beispiel irgendwo am, am Fluss seid mit ein bisschen Sand und Wasser sauber machen, das funktioniert anwandfrei, genauso wie diese, diese typischen Kochtöpfe von der Bundeswehr, ja, wo dann auch die Feldflasche und sowas reinkommt, auch da diesen Edelstahlbehälter, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwas da drin gekocht hat und so, selbst wenn da angebrannt ist unten drin, ist einfach ein bisschen Sand rein, äh, bisschen Wasser, bisschen einmal durchrühren, ein bisschen wieder mit Sand abspülen, das Ding ist blitzeblank sauber, ja, das, äh, da brauchen wir noch nicht mehr großartig Waschmittel dann für, das ist auf jeden Fall da auch sehr sinnvoll, sowas da zu haben, ähm, Haushaltspapier, also so Küchenrollen und sowas, wie gesagt, das bestelle ich immer bei Amazon und, äh, ich gucke mal ganz kurz, also wie gesagt, hier diese Kanister haben drei Stück, 90 Liter, für das Wasser habe ich 35, also 34,49 Euro haben die gekostet, äh, und ich will mal ganz kurz gucken, ob ich genau das Messer, habe ich, äh, 15 Euro für bezahlt, 15,03 Euro aktuell, ähm, hierfür, für diesen Feuerstein 15,95 Euro, auch das ist vollkommen in Ordnung, äh, ich such gerade die, genau, hier sind die Papierrollen, ha, die sind leider derzeit nicht verfügbar, äh, ey, jetzt geht es sogar schon so weit, dass Küchenrollen, ja, natürlich, die Leute haben erst Klopapier leer gekauft, und wo es kein Klopapier mehr gab, haben sie gesagt, naja, zur Not kann ich auch Küchenrolle nehmen, ist derzeit nicht verfügbar, ich kann euch nicht sagen, wann ich, äh, was das, äh, gekostet hätte, ich weiß es nämlich tatsächlich nicht auswendig, ähm, ich habe es das letzte Mal gekauft, am 29. Februar 2020, ähm, also noch vor der ganzen Zeit, und das sind, äh, äh, 18 Rollen, also 18 mal 80 dreilegige Blätter, genau, es sind insgesamt 18 Rollen jedes Mal, also das ist hier, es sind immer drei Stück, und, äh, es sind ja quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Dreierpacks hier, äh, mit dabei, äh, also insgesamt 18, 18 mal 80 äh, dreilegige Blätter, ist auf jeden Fall eine gute Sache, also dreilagig, ähm, sowas dazu haben es immer gut, ich verlinke es euch, das was ich hier habe, trotzdem mal unten, wie gesagt, das ist jetzt hier von dieser Amazon Eigenmarke Presto, ähm, von der gleichen Marke haben wir auch hier diese, ähm, Papierbox, äh, Tücher halt immer, mal gucken, ob man die aktuell vielleicht noch kaufen kann, äh, kann ich da mal gucken, genau, die gibt es aktuell noch, ähm, 12er Pack, das heißt 12 mal 90 Tücher, kriegt ihr für 13,99 Euro, und aktuell gibt es da sogar einen Rabattgutschein, den man einlösen kann, von 40%, das ist natürlich nice, das heißt aktuell noch mal 40%, äh, Rabatt, den man da drauf anwenden kann, solange der Vorrat reicht, äh, würde ich auf jeden Fall da noch mal zugreifen, ähm, macht auf jeden Fall Sinn, weil solche Tücher da zu haben, ist auch immer gut, und zur Not kann man das auch als Küchenrolle nutzen, und zur Not kann man auch das als Klopapier benutzen, ja, also sowas da zu haben, ist auf jeden Fall immer gut, und online, ähm, ja, habt ihr meistens auch kein Problem, das in größeren Mengen zu bestellen, so, ähm, also da auf jeden Fall auch, ne, ich verlinke es euch, wie gesagt, so wie ich es jetzt hier da habe, Hygieneartikel, hier auf der zweiten Seite, ich habe das so ein bisschen zweigeteilt, ähm, Toilettenpapier, ja, natürlich, ne, haben wir auch, wir haben viel Toilettenpapier da, aber weil wir immer viel Toilettenpapier da haben, ich habe jetzt wirklich nur nochmal zwei Packungen Toilettenpapier nochmal gekauft, aber wir haben jetzt insgesamt bestimmt, keine Ahnung, fünf Packungen Toilettenpapier hier, also, weil wir halt immer so ein bisschen was halt auch auf Vorrat, äh, da haben, ähm, ich habe lieber mal immer so zwei Packungen extra da, auch gerade, wenn, keine Ahnung, mal, äh, spontan Besuch vorbeigekommen ist, oder, 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 also, ich will immer genug Toilettenpapier da haben, aber nicht nur jetzt in solchen Krisezeiten, sondern generell, und jetzt haben wir halt, wie gesagt, wo das denn jetzt bekannt gegeben wurde, mit Corona etc. pp, habe ich einfach mal zwei Packungen noch extra gekauft, und dann ist es in Ordnung, ja, ich brauche da jetzt keine Paletten hier zu Hause an Klopapier, ja, äh, ich habe da nicht so das Problem damit, zur Not kann man sich auch einfach die Poppes abspülen mit Wasser, geht auch, ja, ähm, Müllbeutel, und ja, Müllbeutel sind verdammt, verdammt, verdammt wichtig, gerade in so einer Situation, denn, angenommen, ähm, die Müllabfuhr kann euren Müll für gewisse Zeit vielleicht nicht mehr abholen, oder so, ganz, das wäre ziemlich scheiße, ähm, dann ist es gerade wichtig, dass ihr wirklich in Müllbeutel, die ihr am besten verschließen, zuschnüren könnt, und sowas, weil, ähm, gerade dann die Gefahr, dass, ähm, weitere Viren, oder generell, wenn viel Müll da ist, ist auch viel Krankheit da, das ist einfach so, das, das, das ist nicht, äh, das gehört halt so ein bisschen zusammen, leider, deswegen sorgt dafür, dass ihr am besten Müllbeutel habt, die ihr verschnüren könnt, die ihr zumachen könnt, am besten vielleicht sogar geruchsdicht, wäre, wäre richtig top, ja, ähm, und, vor allem, äh, kann man so einen Müllbeutel auch für viele Sachen zweckentfremden, ich habe da zum Beispiel bei Fritz Meinecke auf dem YouTube-Kanal schon, schon mal gesehen, wie der mit Müllbeuteln, ähm, und Laub, was er im Wald aufgesammelt hat, äh, Trinkwasser gemacht hat, ja, er hat dann zum Beispiel, dass das Laub einfach dann in diese Müllbeutel reingetan, ähm, und weil das ja normalerweise verdunsten würde, ist klar, mit trockenem Laub funktioniert das nicht, aber mit so leicht feuchtem Laub funktioniert das ganz normal, äh, oder vielleicht sogar, wenn es im Winter ein bisschen so, so, so Kristalle da dran sind, funktioniert auch super, ähm, dann, dann würde das ja normalerweise verdunsten, dadurch, dass es aber in einem Müllbeutel drin ist, ne, sammelt sich das dann wieder unten, und man kann das dann sozusagen, ja, abgießen und sonst was, und hat dann, äh, Wasser, was man trinken kann, klar, es ist ein bisschen Laub, Trinkwasser, sonst was, äh, sollte man nicht unbedingt jetzt direkt vom Weg nehmen, wo alle drauf laufen, aber so links und rechts, äh, äh, ein bisschen weiter weg, wo man jetzt nicht unbedingt Müll hinschmeißt oder sowas, kann man wirklich zur Not, wie gesagt, wir reden jetzt rein wirklich zur Not, wenn nichts anderes mehr geht, ja, ähm, dann seid, dann seid ihr froh, wenn ihr solche Sachen, solche Sachen auch wisst, und wisst, ihr werdet auch darauf vorbereitet, ja, ähm, und generell halt Müllbeutel, wir haben immer viele Müllbeutel, auch schon allein wegen den Windeln von dem Kleinen, wir haben immer viele Müllbeutel da, das macht immer Sinn, auch die bestelle ich mir in Massen bei Amazon, immer, immer, ja, ähm, Camping-Toilette, Ersatzbeutel, äh, wo wir da beim Thema wären, ähm, und, äh, angenommen, ihr habt zum Beispiel kein Regenwasser mehr, um eure Klospülung damit zu befüllen, ja, dann tut es unter, zur Not auch einen Eimer, wo ihr einen Müllbeutel reinpackt, und dann setzt ihr euch einmal schön da drauf, so, das, zur Not geht halt auch das, zuschnüren, wegtun, und gut ist, ja, zur Not geht auch das, äh, so, dann Haushalts, äh, äh, was, Haushaltshandschuhe, ja, natürlich, Haushaltshandschuhe machen immer Sinn, äh, womit man normale Haushalts, äh, Arbeiten durchführen kann, aber, was auch Sinn macht, das, äh, will ich jetzt hier mal ganz kurz holen, das hab ich mir, beziehungsweise hat meine Frau mir im DM gekauft, das sind hier solche, äh, Einweg-Handschuhe, in dem Fall sind das hier so einmal Handschuhe, Latex, frei, schwarz, ähm, die machen, also ich, gut, ich könnte jetzt hier rausholen, aber das wäre wieder Verschwendung, weil ich gerade keine brauche, aber sowas da zu haben, macht auch immer mal Sinn, gerade wenn ihr dann zum Beispiel irgendwie mit, mit Müll oder sonst was dann in Berührung kommt, ähm, Hände desinfizieren und waschen ist schön und gut, aber vielleicht manchmal macht es auch unter Umständen Sinn, sowas sich direkt an die Hände zu packen, und das dann danach einfach mit wegschmeißen zu können, ist auch eine feine Sache, sowas immer mal da zu haben, äh, Desinfektionsmittel, Schmierseife, ja, ähm, und auch hier, klar, Desinfektionsmittel, wie gesagt, hier auch Isopropanol geht dazu, zur Not auch, haben wir auch eine ganze Menge von da, Schmierseife, ja, also diese, diese Flüssigseife, alles schön und gut, zur Not kann man auch einfach aus Kernseife und Wasser selber Schmierseife, also in Anführungszeichen selber Schmierseife machen, ähm, einfach ein bisschen, äh, auflösen davon, vielleicht ein bisschen Wasser warm machen, ein bisschen Kernseife drin auflösen, ähm, und das Ganze vielleicht ein bisschen köcheln lassen, da kann man somit dann halt auch, so eine Gelseife oder sonst was sich dann damit machen, ähm, wo man dann einfach so reingreifen kann, ein bisschen, ne, das, zur Not geht auch das, ja, ähm, Brandschutz, auch, nee, warte, andersrum, machen wir als erstes mal Notfallgepäck noch, ja, Notfallgepäck, ähm, persönliche Medikamente hatten wir ja eben schon, ne, auf jeden Fall wichtig, dann, äh, behelfsmäßige Schutzkleidung, hier wäre zum Beispiel sowas zu erwähnen, wie so eine, so eine, so eine Softshelljacke, so eine, so eine dünne Regenjacke, eine dicke Regenjacke vielleicht noch, ähm, ähm, äh, oder, 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 oder zu Not auch diese, diese Plastiküberzieher, äh, wenn es regnet, das kann auch Sinn machen, ähm, Wolldecke, Schlafsack, ich habe hier zum Beispiel immer so einen Bundeswehrschlafsack noch da, aber jeder andere Schlafsack sollte es unter Umständen auch tun, dann ist es vielleicht noch auch nie verkehrt, mal so ein Zelt da zu haben, habe ich auch hier auf jeden Fall da, da kann ich auch mit der ganzen Family drin schlafen, ich habe auch mehr als ein Zelt da, ähm, sowas macht definitiv Sinn, genauso wie Campingmöbel, also so ein Campingklappstuhl oder so ein Campingdreibeinstuhl zum Beispiel, immer sinnvoll und gut sowas zu haben, ob man es jetzt braucht oder nicht, es ist Gutes zu haben, es ist, es beruhigt einen einfach, ja, dass man sogar zu Not noch nicht mal auf das Haus angewiesen sein muss, ja, ähm, Unterwäsche, Strümpfe, voll wichtig, wirklich, Unterwäsche, lange Unterwäsche, Thermounterwäsche, wir haben so Skiunterwäsche, sau wichtig, sau wichtig, sowas in der Notfallsituation zu haben, ist Gold wert, ja, ähm, Gummistiefel oder derbes Schuhwerk, ähm, derbes Schuhwerk, ist cool, dass das hier so drin steht, aber, ja, generell stabile Schuhe, ähm, Gummistiefel habe ich sowieso immer da, aber, auch sowas wie Stiefel, mit Stahlkappen, Stahlsohle, auch eine gute und tolle Sache, aber auch generell festes Schuhwerk, vielleicht ohne Stahlkappe und ohne Stahlschuhe können, ähm, ohne Stahlschuhe können, äh, Stahlsohle können sinnvoll sein, weil die erstens ein bisschen leichter dann vielleicht auch sind, aber stabil trotzdem, ähm, damit kann man dann auch vielleicht auch längere, ähm, Wege, ähm, ähm, ja, zurücklegen, ohne, dass es dann auch an den Füßen wehtut oder so, ähm, und wichtig ist, dass die natürlich auch immer bequem sein sollten, ne, dann, weil wenn du nach einer längeren Strecke irgendwann Blasen an den Füßen hast und nicht mehr weiterkommst, ist auch scheiße, ja, ähm, ähm, Essgeschirr, Besteck, Thermoskanne, Becher, ja, ganz wichtige Sachen, auf jeden Fall habe ich ja eben schon erwähnt, dieses, äh, typische Bundeswehrgeschirr, kann ich mega empfehlen, ist super, ist alles dabei, was man braucht, wenn der Soldat im Feld damit klarkommt, dann kommt ihr damit privat auch klar, ja, ähm, Material zur Wundversorgung, auch da, wenn ihr jetzt zum Beispiel notfallgepäckmäßig unterwegs seid, ähm, so ein Autoverbandskasten, einfach mal in den Rucksack rein, wenn ihr weiter weg jetzt einfach zu Fuß unterwegs seid, ohne, dass ihr, ähm, ja, ohne, dass Menschen, weitere Menschen eventuell dort sind, oder auf dem Weg, ihr, also wenn ihr wisst, dass ihr eventuell keine anderen Menschen auch unterwegs antreffen könntet, oder selbst auch dann sollte es sinnvoll sein, sowas dabei zu haben einfach, ähm, Dosenöffner, Taschenmesser, ja, voll wichtig, wirklich, Dosenöffner, so, so ein typisches, ähm, Schweizer Taschenmesser, ja, da ist ja alles dran, was ihr braucht, ja, ähm, aber unter Umständen kriege ich auch mit so einem Messer hier eine Dose auf, da sehe ich gar kein Problem mit, ähm, aber einen Dosenöffner tatsächlich dann zu haben, ist halt einfach gut, ähm, strapazierfähige, warme Kleidung, auch das ist natürlich wichtig, äh, Taschenlampen, sehr wichtig, Taschenlampen sind sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, auch da vielleicht so eine Kurbeltaschenlampe, ja, ich habe zum Beispiel jetzt hier beim Black Friday Deal mir so eine schöne Taschenlampe, ähm, äh, geschossen auf Ebay, die ich hier mit solchen 18650er Akkus, äh, beladen kann, ähm, und diese Akkus wiederum, äh, kann ich mit einem Ladegerät beladen, mit einem Solarpanel, ja, das heißt, äh, ich brauche nur ein bisschen Sonne, dann kriege ich hier Energie rein, und dann kann ich nachts diese Energie nutzen, um mit dieser Taschenlampe alles schön erhellen zu können, ähm, ähm, und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, ähm, und vor allem auch solche 18650er Akkus habe ich immer eine ganze Menge da, ähm, ich bin zwar kein Dampfer, aber hin und wieder, ich habe hier auch eine Dampfe da, hin und wieder, so zum Genuss, setze ich mich dann auch mal beim schönen Film oder sonst was dahin und dampfe hier ein bisschen, und deswegen habe ich auch von diesen 18650er Akkus immer eine ganze Menge da, ähm, zum einen für die Dampfe, zum anderen für Taschenlampen, aber ich habe auch andere Geräte, äh, wo 18650er Akkus einfach benötigt werden, ja, auch hier von meinem Filmequipment und, 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 ja, ähm, so, dann, Kopfbedeckung und Schutzhelm, ja, Kopfbedeckung macht immer Sinn, sei es nur ein Fahrradhelm, sei es nur ein Fahrradhelm, ähm, so, oder ein Motorradhelm, oder, ähm, ich habe zum Beispiel noch so eine Kappe, also sowas wie das hier, also so eine ganz normale Kappe, die habe ich damals bei meinem Praktikum bei der Firma Seidel, äh, hier in Fronhausen bekommen, und zwar ist das eine Kappe, und in der Kappe drin ist wie so ein Helm integriert, richtig coole Sache und sieht auch noch gar nicht mal so scheiße aus, sowas zu haben, macht auf jeden Fall Sinn, Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz, ähm, klar, wenn ihr jetzt natürlich eine richtige Schutzmaske da habt, dann macht das natürlich immer Sinn, aber, ich glaube kaum, ich weiß nicht, wie das mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft aussieht, aber diese typische Atem, Atemschutzmaske, dieser Mundschutz einfach nur, wie so ein OP-Mundschutz, was man sich einfach nur hier so drüber zieht, wo einfach nur so ein bisschen aus Stoff ist, ich glaube, damit schützt ihr weniger euch, als mehr die Menschen in eurer Umgebung, das heißt, wenn ihr hustet, wenn ihr niest, dann kommt das nicht so, das verballert nicht so raus, und ihr schützt damit die Menschen in eurer Umgebung, aber ich glaube nicht, dass ihr damit, wenn ihr einatmet, euch selbst schützen könnt, wenn ihr etwas haben möchtet, womit ihr euch selbst schützen könnt, ich habe das hier mir aufgemacht, ich blende euch mal jetzt hier ein kleines Foto ein, kostet 37 Euro zum aktuellen Zeitpunkt bei Amazon, auch darauf kein Gewehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall schon mal viel besser ist, als so ein Mundschutz einfach nur, weil wie gesagt, damit schützt ihr die anderen, nicht euch, aber mit so einem Ding hier, ich glaube nicht, dass man es braucht, muss ich auch noch dazu sagen, also wenn ich jetzt beim Einkaufen demnächst Leute mit so einer Maske da rumlaufen sehe, dann kriege ich einen Rappel, dann kriege ich einen Rappel einfach, ich habe das schon auf Facebook gesehen, dass da Leute mit solchen Masken, so kompletten Ganzkörperanzügen einkaufen gehen, das halte ich doch aktuell noch für ein bisschen übertrieben, muss ich ganz klar dazu sagen, klar Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber man kann es treiben, man kann es aber auch übertreiben und ich finde, das ist definitiv übertrieben, aber einfach nur mal so, damit wir das Thema mal ein bisschen angesprochen haben, wie gesagt, dieser typische normale Mundschutz, den ihr überall kriegen könnt, schützt nicht euch, sondern eure Mitmenschen hauptsächlich, das ist mein Stand, mein Wissensstand aktuell, es gibt klar natürlich auch solche Masken, die dann so ein kleines Ventil und was weiß ich drin haben und mit Filter und alles drum und dran, aber meistens sitzen diese Masken nicht komplett Press auf eurem Mund- und Nasefläche, nicht komplett, da ist meistens nochmal so ein bisschen Raum, dementsprechend ist die Sicherheit auch nicht so krass dadurch, aber so eine Maske jetzt hier, wie ich sie jetzt hier auf meinem Monitor sehe, ist jetzt hier Komplettanzug 6800, Malerei, also hier ist zum, für Maler und Lackierer, zum Lackieren ist das so eine Maske hauptsächlich, damit man die Dämpfe vom Lackieren halt einfach nicht einatmet, beziehungsweise damit das gefiltert wird, ja, und deswegen hat man da links und rechts auch so Filter drauf und ich habe auch gelesen, das ist ein Anschluss, ein standardisierter Anschluss, wo man dann solche 3M-Filter draufpacken kann, 3M aktuell eine Marke, die auf dem Aktienkurs auch eher nach oben geht, weil die halt eben Klebestoffe, Filter, Masken und sonst was alles und Desinfektionsmittel und so Zeugs, ich glaube Desinfektionsmittel machen die glaube ich sogar auch, aber auf jeden Fall Masken, Filter und so Klebezeugs auf jeden Fall herstellen, dementsprechend, die verkaufen aktuell ziemlich gut und das ist aber auch, das kennt man auf vielen LED-Klebestripes zum Beispiel, habt ihr hinten dieses 3M immer draufstehen, ja, das 3M, das im Alltag, man denkt nicht so oft daran, aber die sind total bei vielen Sachen vertreten, die machen glaube ich auch Handschuhe und generell auch im medizinischen Bereich gibt es viele Produkte von 3M einfach, ja, und was ich damit sagen möchte, das ist ein Standardanschluss, das heißt auch Ersatzfilter oder andere Filter eben für diese Masken zu bekommen, vielleicht gibt es sogar irgendwann einen Filter oder vielleicht gibt es aktuell schon irgendeinen Filter, der vielleicht gegen Krankheitserreger ganz gut hilft, ja, wo man weiß, das ist ganz gut bei Krankheitserregern und da kann man einfach diese Filter, die dort mitgeliefert werden, abmachen, andere draufpacken und dann das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall von der Sicherheit etwas besser als diese typischen normalen Mundmasken und ey, 37 Euro ist auch vom Preis her absolut okay, aber ich schwöre euch Leute, wenn ich da draußen einen einkaufen sehe mit so einer Maske, da kriege ich einen Rappel, wenn ich einen sehe hier, der dieses Video sieht, ich weiß, dass auch viele Leute hier aus der Region meine Videos gucken, wenn ich einen von euch sehe mit so einer Maske und ihr habt das jetzt, weil ihr mein Video gesehen habt und ihr lauft damit draußen rum, Leute, ihr verunsichert andere Menschen mit sowas, ihr macht anderen Menschen Angst mit sowas, ich wollte es einfach nur hier angesprochen haben, ich glaube tatsächlich, wenn man einfach guckt, dass man so hier hustet oder vielleicht kann man auch so einen Mundschutz tragen, damit, wenn man vielleicht leicht erkältet ist und hustet, damit man andere nicht gefährdet, alles schön und gut, aber sowas ist ein bisschen too much, meiner Meinung nach, ist nur meine persönliche Meinung zum aktuellen Standpunkt, vielleicht wird das Ganze auch noch viel schlimmer und irgendwann laufen alle damit rum, kann auch sein, dann ist es auf jeden Fall toll, sowas zu haben, ja, ähm, aber, ne, kurzer Exkurs in diese Richtung, so, ähm, Arbeitshandschuhe, auch das ist, hier gerade in Bezug auf sowas hier zum Beispiel Holz, äh, mal so, so etwas dickere Arbeitshandschuhe wirklich zu haben, die vielleicht sogar feuerfest sind oder so, das heißt, selbst wenn ihr dann auf dem, auf dem Herd vielleicht mal einen Topf vergessen habt, der ist glühend heiß oder sonst was, auch da empfiehlt sich natürlich hauptsächlich Töpfe zu haben, die keine Plastikgriffe haben, gerade auf einem Feuerholzofen und so, ähm, generell, es macht halt einfach da wirklich Sinn, einfach alles aus Edelstahl zu haben, da habt ihr keine Probleme mit, ja, ähm, und wenn ihr da einfach solche feuerfesten Schuhe, einfach Handschuhe vielleicht einfach habt, äh, womit man mal, äh, so viel Holz einfach anpacken kann, ohne Angst zu haben zu müssen, sich Splitter zu holen, oder, ähm, auch mal was ganz Heißes einfach anfassen zu können, und, 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 es macht auf jeden Fall Sinn, äh, Fotoapparat oder Foto-Handy, steht jetzt hier im Notfallgepäck drauf, kein Scheiß, ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum, ich weiß nicht wofür in einem Notfall, in einem absolut krassen Notfall, es wichtig ist Fotos zu machen, ich meine, ich bin so ein Typ, hey, ich muss alles filmen, und alles Dings, ich habe auch hier ganz viele GoPros, ich kann auch die GoPros mit einer, mit einem, äh, Solarmodul laden, und kann alles filmen, und, ey, wenn, wenn, wenn es richtig krass kommt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich alles filmen werde, und wenn es irgendwann dann wieder gut ist, werde ich dieses gesamte Material zu einem ganzen Film zusammenschneiden, und es auch auf meinem YouTube-Kanal hochladen, na selbstverständlich, ich werde richtiges Tagebuch dann führen, richtig Vlogs machen, die werde ich wahrscheinlich nicht, dann aktuell hochladen können, weil, keine Ahnung, vielleicht, wenn es Internet dann noch funktioniert, und so, vielleicht kann ich die an einem Laptop irgendwie schneiden, den ich auch mit einem, ähm, Solarmodul laden kann, ähm, aber, ja, das, das sehe ich dann, wenn es dann soweit ist, ob ich dann überhaupt den, den Gedanken dafür fassen kann, aber filmen werde ich es auf jeden Fall, aber ob ich es dann halt schneiden und hochladen werde, in so einer Situation, das weiß ich nicht, aber irgendwann werde ich das Material auf jeden Fall veröffentlichen, aber ich wüsste trotzdem jetzt nicht, wofür das wichtig wäre, weiß nicht, ich, keine Ahnung, ähm, steht jetzt hier aber auf jeden Fall dabei, Fotoapparat und Foto-Handy, ähm, gut, vielleicht so ein, so ein, so ein paar von diesen, von diesen Fertigkameras, also diese so, diese nicht sofort Bildkameras, sondern diese, diese, diese Klick, Klick, wo quasi so diese Einmalkameras, ja, kann vielleicht, äh, ganz cool sein, wenn man sowas halt da hat und in so einer solchen Krisensituation vielleicht dann schöne Momente trotzdem festhalten zu können, um danach, wenn alles wieder sich normalisiert hat, sich die Bilder vielleicht entwickeln zu lassen und dann zu gucken, hey, guck mal, selbst in dieser Krise haben wir als Familie gut zusammengehalten und hier, es sind ja auch dann Erinnerungen, die dann dadurch entstehen, hier weißt du noch, wie das da früher war und ach guck mal, ach in dieser Situation, ach ja, da hatten wir hier nur die Konserven zu essen oder wir haben, äh, kein fließend Wasser, keinen Strom mehr gehabt, dann haben wir hier immer auf dem Holzofen gekocht, also, ja, für danach, ist es als, als Erinnerung eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, ob es zwingend notwendig ist, unbedingt, das kann jeder für sich ja selbst entscheiden. Dann, eine ganz wichtige Sache, Brandschutz, ähm, gerade, gerade, wenn die ganzen, ähm, ähm, Kräfte, alle total überlastet sind, Krankenhäuser, et cetera, pp, äh, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht irgendwann dazu kommt, dass das Feuerwehr vielleicht irgendwo auch anders aushilft, oder, 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 ähm, deswegen ist Brandschutz eine ganz wichtige Sache. Keller und Dachboden entrümpeln. Gut, haben wir jetzt hier nicht, der Keller ist sowieso nicht entrümpelt, hier haben wir als Lagerfläche, äh, Lagerfläche und sonst was, aber hier unten ist auch nicht viel, was brennen kann. Klar, ich habe jetzt hier eine Holzverkleidung, aber dahinten, dahinter sind dicke Betonwände, also selbst wenn hier ein Brand anfängt zu brennen, dann fackeln hier die, die paar Holzbretter ab, und dann war es das auch, weil dahinter ist dicker Beton, da passiert nichts, ja, ähm, aber, äh, ja, Dachboden, klar, entrümpelt, äh, und da haben wir auch eine Photovoltaikanlage drauf und sonst was, aber da oben ist auch ein Feuerlöscher, das heißt, äh, ja, zur Not ist auch das jetzt nicht so das größte Problem, Dachboden entrümpelt ist bei uns jetzt nicht, das heißt, da mache ich jetzt mal ein X rein, äh, und der Keller ist auch nicht entrümpelt, weil hier generell eine gewisse, naja, gut, Ordnung, nennen wir es jetzt einfach mal Ordnung herrscht, ähm, ja, Feuerlöscher macht immer Sinn, ja, so einen kleinen Feuerlöscher, den kriegt ihr bei Amazon schon für ein Abel und ein Ei, glaube ich sogar schon, ähm, macht immer Sinn, sowas da zu haben, habt immer sowas da, ja, Feuerlöscher, äh, klar, diese großen, die kosten natürlich etwas mehr, ähm, ja, und die sind auch mit einer gewissen Wartung, äh, verknüpft, das heißt, ihr müsst quasi immer gucken, die müssen alle so und so viele Jahre von der Feuerwehr geprüft und gewartet werden, kriegt ihr ein neues Siegel drauf, ähm, ja, ich war mal in der Jugendfeuerwehr, da haben wir solche Sachen nämlich teilweise auch gemacht, äh, und auch bei Firma Seidel zum Beispiel, war das so, die ganzen Feuerlöscher, das war, war ich auch einmal als Praktikant, musste ich dann mit den Leuten da rumlaufen, wir mussten dann die Feuerlöscher alle überprüfen, ob die vom Siegel her noch, noch, ob das alles noch passt, und dann, ähm, gewisse Tests ausführen, und da ist ja so ein Löschschaum oder so ein Pulver meistens dann halt auch drin, da hat auch nochmal immer, äh, geguckt, ob noch alles stimmt und so, ähm, ja, dann gibt es auch noch wohl ein Löschspray, habe ich noch nie von gehört, aber steht hier mit drauf, Rauchmelder, haben wir sowieso hier überall in jeder Etage, äh, in jedem Raum, macht auf jeden Fall Sinn sowas zu haben, Garten, äh, oder Autowasch, Schlauch, Gartenschlauch oder ein Autowaschschlauch, ja klar, zum, für Brandschutz, logisch, ich habe jetzt gerade nicht dran gedacht, wo, ja klar, logisch, kann auch Sinn machen, ja, logisch, äh, Behälter für Löschwasser, ja, ähm, Wassereimer sowieso, macht immer Sinn, ein paar Eimer da zu haben, äh, Kübelspritze oder, äh, Einstellspritze, ja, auf jeden Fall, also so, wenn man dann quasi so einen Wasserschlauch hat, dass man vorne irgendwie sowas drauf machen kann, was dann so, so, das verstreuen kann, kann auch auf jeden Fall sinnvoll sein, so, und dann haben wir hier noch, äh, Energieausfall, ich habe schon ewig gewartet, wann kommt es denn jetzt, habe ich jetzt hier auch nicht liegen, ähm, ähm, verdammt wichtig, Kerzen, äh, beziehungsweise Teelichter, und, äh, da gibt es zweierlei Kerzen, die ich für sinnvoll erachte, zum einen natürlich Teelichter, ey, kauft euch ein 100er Pack Teelichter bei Amazon, oder 200, oder 500, egal, Teelichter da zu haben, ist nie verkehrt, ja, äh, gerade wenn Stromausfall ist oder sonst was, ihr könnt euch überall mal so ein paar Stück davon hinstellen, deswegen halt auch, ne, haben wir Brandschutz hier davor gemacht, immer auch Feuerlöscher etc., pp, hier stand jetzt komischerweise keine Löschdecke mit dabei, ähm, fände ich persönlich eigentlich schon wichtig, vielleicht auch eine Löschdecke mal da zu haben, ähm, damit man auch vielleicht ohne andere Mittel etwas löschen kann, aber, ne, das ist einfach nur so am Rande, ähm, und neben den Teelichtern, empfinde ich es auch noch sehr, sehr, sehr wichtig, solche Grablichter, diese großen roten, ja, diese Grablichter einfach mal ein paar Stück da zu haben, denn, man kann es erstens, es sind diese Dinger meistens so ein bisschen windgeschützt, das heißt, das Licht geht, also, die Flamme geht nicht sofort aus, selbst wenn ihr das irgendwo draußen stehen habt, zum einen, zum anderen habt ihr aber noch den Vorteil, es brennt verdammt lange, und ihr könnt damit, äh, zum Beispiel immer mal wieder, äh, hier was anzünden, ja, ihr habt einfach eine Dauerflamme, die ihr nutzen könnt, um Sachen anzuzünden, um, damit vielleicht andere Kerzen anzuzünden, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn das da so tief drin ist, aber, ja klar, eine Kerze angemacht, und dann immer wieder, ne, die nächste Kerze dann da dran angezündet, oder, 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 generell, es ist immer eine tolle Sache, eine wichtige Sache, ein Grablicht vielleicht dazu haben, was einfach, das hat lange, das brennt lange, ja, das ist eine tolle Sache, ähm, Streichhölzer und Feuerzeug, Feuerzeug, ja, auf jeden Fall auch wichtig, kauft euch mal so eine Packung Feuerzeuge, so einmal, Feuerzeuge von mir aus auch, oder, Benzinfeuerzeuge mit entsprechend, äh, ausreichend Nachfüllfeuerzeugbenzin, äh, oder natürlich halt auch Streichhölzer, ähm, da allerdings darauf achten, dass ihr die Streichhölzer am besten in so eine, ähm, wasserdichte Box reinpackt, just to be safe, ja, oder halt eben, wie ich jetzt hier in dem Fall, ähm, weil zur Not, ganz ehrlich, kriege ich auch hier mit eine Kerze angezündet, äh, ich mache einfach sowas hier, ja, dann, äh, gucke ich, dass das da brennt, halt hier ein Teelicht oder sowas dran, und zack, ähm, kriege ich damit auch eine Kerze angezündet, das ist jetzt auch nicht so das Problem, aber, ne, hier, na, hoppala, ihr seht es, ja, es funktioniert, ähm, und so hat man auch immer noch die Möglichkeit, äh, irgendwas anzuzünden, ja, ist eine tolle und wichtige Sache, steht jetzt hier nicht mehr dabei, finde ich aber, macht auf jeden Fall Sinn, und vor allen Dingen hält es länger als die meisten Feuerzeuge, und es hält auch länger als, äh, viele Streichhölzer, und vor allen Dingen hier, in, bei diesem, ähm, Modell habe ich sogar hier oben noch einen kleinen Kompass dabei, wie gut der jetzt funktioniert, er zeigt jetzt aktuell, ja, da ist Norden, ja, doch, kommt ungefähr hin, weil da ist Frohnhausen Ost, wir sind hier im Frohnhausen West, ja, es passt tatsächlich, hier ist, hier ist Süden, ja, passt, ähm, stimmt tatsächlich sogar hier aktuell, äh, aber, ja, auf solche kleinen Mini-Spielzeug-Kompasse hier, weiß ich nicht, wie, wie drauf man sich da drauf verlassen kann, aber es ist trotzdem auch immer toll, sowas da zu haben, zur Orientierung, steht jetzt hier auch nichts dabei, von wegen Kompass, aber, macht trotzdem Sinn, Taschenlampe, hatten wir jetzt eben auch schon mehrfach, wie gesagt, äh, Kurbeltaschenlampen machen Sinn, oder sowas wie ich, zum Beispiel Taschenlampen, die ich mit solchen 18650er Akkus bestücken kann, die ich wiederum mit einem Solar, ähm, es gibt auch solche Solar-Powerbanks, die brauchen ewig lang, bis die damit voll geladen sind, aber es funktioniert, ähm, es gibt aber auch, ähm, solche, 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 ähm, Solar-Panels zum Ausklappen, so, 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 so große, äh, keine Ahnung, zwei Meter oder ein Meter 50 auf ein Meter oder sowas, die könnt ihr euch auch kaufen, ähm, und das dann wiederum an einer Powerbank anschließen, oder an irgendwelchen Ladegeräten, oder auch euer Handy damit laden, das funktioniert, also es gibt Möglichkeiten, sowas auch, sich zu besorgen, und da würde ich auch auf jeden Fall, guckt bei Amazon, dass ihr euch, guckt, dass ich euch vielleicht so ein großes Solar-Panel mal verlinke, äh, die sind glaube ich auch gar nicht so teuer, im, wenn man sich vor Augen hält, was man damit ja dann in der Notsituation alles erreichen kann, ne, was man damit alles machen kann, ähm, und ihr seid froh, wenn ihr sowas habt, Reservebatterien, machen auf jeden Fall Sinn, ähm, oder halt eben gegebenenfalls Akkus, die man eben mit so einem Solar-Panel dann eben wieder aufladen kann, und da macht es dann halt auch Sinn, vielleicht AA, AAA, 18650er, verschiedene Größen einfach da zu haben, um verschiedene Geräte damit bedienen zu können, ne, Camping-Spiritus-Kocher mit Brennmaterial, ähm, ja, so ein, was ich ja eben auch zum Anfang des Videos gesagt habe, vielleicht so ein Gas-Kocher, so ein Gas-Camping-Kocher, gibt es entweder so ganz, ganz einfache, wo man wirklich einfach nur so einen Aufsatz sozusagen auf einer Gaskartusche hat, das heißt, man hat wirklich die Gaskartusche zack oben rein, und hat dann oben so ein, so ein, so ein, so ein Dreibein-Dings, wo dann hier vielleicht genau so eine Dose drauf passt oder so, die tun es zur Not auch, man kann aber auch gucken, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, dass man wie so ein, so ein, so ein Gas-Koch-Feld einfach halt hat, wo man dann wirklich einen ganzen Topf auch ohne Probleme draufstellen kann, ohne dass das da großartig rumwackelt, dann hat man links, äh, oder manchmal auch sogar mit zwei Feldern, und dann hat man hier links oder, oder rechts oder irgendwo, hat man meistens so ein, so 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 Einstell, dass man ein bisschen mehr Flamme, ein bisschen weniger Flamme, so ein bisschen Einstellmöglichkeiten nochmal hat, und da dran wird dann einfach mit so einem Schlauch, dann so eine Gaskartusche dran angeschlossen, ähm, und das ist auf jeden Fall eine wichtige, äh, sinnvolle Sache, sowas da zu haben, wie gesagt, ich brauche es jetzt, ich habe es zwar da, wegen Angelzubehör etc. pp., ich brauche es aber nicht unbedingt, weil ich, wie gesagt, mit Holz das Ganze auch ganz gut umsetzen kann, ähm, ja, Heizgelegenheit, habe ich ja eben auch schon erwähnt, ist hier auf jeden Fall gegeben, ich kann heizen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, Brennstoffe, wie gesagt, ne, Holz, Briketts, äh, Pellets haben wir auch noch immer ganz viele da, aber da ist halt eben die Sache, unsere Pelletöfen benötigen Strom, so, die benötigen einfach Strom, die müssen in der Steckdose drinstecken, weil zum Anzünden ist da so, wie so eine Art Heißluftfön oder sowas unten drin, keine Ahnung, damit halt die ersten Pellets damit angezündet werden können, und da ist halt auch eine Lüftung und sowas drin, die halt Strom betrieben ist, ähm, deswegen funktionieren unsere Pelletöfen sehr wahrscheinlich auch nicht, wenn Stromausfall da ist, deswegen ist es dann schön, dass wir Pellets da haben, wir können sie aber dafür nicht nutzen, aber vielleicht kann man die Pellets dann für den anderen Ofen in irgendeiner Form zweckentfremden, mal gucken, wir haben sogar ganz viel Grillkohle sogar da, ähm, das heißt, wir könnten sogar grillen, in der Krise, wenn irgendwas ist, keine Ahnung, ja, paar Würstchen auf den Grill hauen, ähm, nur halt eben nicht mit so vielen Personen treffen, das heißt, unter Umständen muss dann jeder sich dann sein Würstchen vom Grill abholen, äh, in der Nachbarschaft, jeder ist dann in seinem eigenen Garten, weil, ne, Personenversammlung sollte man ja vermeiden, aber ich sag mal, wenn dann mal der eine Nachbar kommt, dann der nächste Nachbar, vielleicht hat man Funkgeräte, ja, Kurbelfunkgeräte oder so, kann sich in der Nachbarschaft austauschen, hier, äh, Mensch Mario, komm mal kurz rüber, kannst kurz dein Würstchen holen, ist fertig, da kommt der nächste, äh, Alter, komm mal vorbei, hol mal dein Würstchen, ähm, man kann sich da ja absprechen, sodass dann kein wirklicher Personenkontakt entsteht, und derjenige, der die Lebensmittel zubereitet, was vielleicht in dem Fall dann ich wäre, äh, oder was wir eben gesagt haben, von wegen Brot backen, was dann der Nachbar wäre, ähm, passt halt einfach auf, dass er sich vorher die Hände gründlich dessen, identifiziert, vielleicht Mundschutz trägt, damit nicht irgendwie drauf gehustet, oder sonst was werden könnte, ähm, man kann ja gewisse Vorsichtsmaßnahmen einfach, ähm, einhalten, und somit sich dann auch gegenseitig helfen, äh, und dann haben wir hier noch persönliche Checkliste, also hier mit der, mit der offiziellen Checkliste sind wir somit durch, ist hier noch eine persönliche Checkliste, wo man noch eigene Sachen hinzuschreiben kann, die man dann auch noch, ähm, anhaken kann, ich habe hier so Sachen zum Beispiel noch gesagt, wie Kompass, oder sowas wie diese Kanister, oder Wasserkanister, das könnt ihr jetzt hier vielleicht dann noch, ähm, aufschreiben, vielleicht habt ihr sogar während dem Video auch um Zettel und Stift, äh, da gehabt, äh, und habt sogar mitgeschrieben, äh, dann wären das zum Beispiel so Sachen, die ihr hier bei der persönlichen Checkliste, bei den persönlichen Punkten, wo jetzt nichts drin steht, noch hättet hinzufügen können, und, ähm, ja, damit sind wir auch mit dem Video durch, es ist wie gesagt ein Video, was komplett überhaupt nicht, äh, von der Thematik und sonst was auf diesen Kanal passt, das ist mir durchaus bewusst, aber, ähm, es war mir einfach wichtig, dazu ein Video zu machen, ähm, um einfach mal so ein bisschen aufzuklären, und ein paar Leute einfach runterzuholen, und deswegen habe ich das Video jetzt auch absichtlich wirklich so lang gemacht, ein bisschen links und rechts, ein paar Storys noch erzählt, ein paar, äh, Gedankengänge noch von mir erzählt, weil ich mir durchaus denken kann, dass andere Menschen ähnliche Gedankengänge haben, und, äh, ähnliche Ängste, äh, und Befürchtungen einfach haben, und, ich muss sagen, pff, mir ist komplett egal, was jetzt kommt, mir ist, ich, also, ich hab von nichts Angst, egal, was da jetzt passiert, weil ich der festen Überzeugung und Meinung bin, ich bin auf alles vorbereitet, was hier, ja klar, wenn jetzt Atomkrieg oder so, ja klar, aber dann ist sowieso scheiße für uns alle, und ob ich dann wirklich noch lange leben will, ist dann auf der anderen Seite, weil wenn eh keiner mehr da ist, ja, ist halt eh kacke dann, aber, ich sag mal, auf, auf alles, so, worauf man so eingestellt sein kann, bin ich eingestellt, bin ich vorbereitet hier, ich hab Ausrüstung genug da, ähm, ich, ich brauch mir keine Sorgen zu machen, für, für, für lange Zeit komm ich autark ganz gut klar, ich brauch kein fließendes Wasser, ich brauch keinen fließenden Strom, ähm, ich hab für, äh, wesentlich längeren Zeitraum, als das hier, ähm, vom, von der Regierung, ähm, ja, empfohlen wird, Lebensmittel da, ich hab für wesentlich längeren Zeitraum, als es von der Regierung empfohlen wird, Trinkwasser da, und bin einfach gut gerüstet, ja, das ist sowohl gut für mich, als auch gut für meine Familie, und ich sag euch ganz ehrlich, so wie es ist, auch gut für meine Nachbarn, und meine Nachbarn selbst haben auch, äh, nicht nur für sich, also bei uns ist es wirklich so, Nachbar, Nachbarn sind bei uns, ja, auch wenn sie einen anderen Nachnamen tragen, sowas wie, wie Familie trotzdem, so, das ist einfach bei uns in der Nachbarschaft ein Zusammenhalt, der eher familiär tatsächlich ist, das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in der Straße einen Jäger haben, ja, der, gut jagen kann, und ich als Angler, ja, vielleicht Fisch besorgen kann, dann wird man, es wird nicht passieren, dass ich, wenn ich zehn Forellen geangelt habe, sagen, Familie, Familie, das ist nur für uns, nein, es ist so, dass ich dann sage, hey, hier, Patrick, Mario, hier, wie sieht's aus, hier, hast du mal, oder hast du mal vielleicht einen Huhn für uns, weil hier der Nachbarn hat zum Beispiel auch Hühner, ja, ist ein Huhn vielleicht ein bisschen älter, können wir ein bisschen mal Hühnerbrust machen, oder hast du mal ein paar Eier, oder sonst was, ein paar frische Eier, ja, man kann sich einfach austauschen, jeder, jeder kann irgendwas besonders gut, wie gesagt, auch Feuerholz, wie gesagt, macht ja der Nachbar halt auch selber, ähm, der eine hat Werkzeug da, der andere hat, äh, kann angeln, der nächste kann, äh, hat einen Jägerschein oder sonst was, ja, jeder hat so seine persönlichen, ähm, Sachen, die er gut kann, und man wird hier in der Nachbarschaft nicht fallen gelassen, das heißt, wenn ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Trinkwasser da habe, vielleicht ein bisschen mehr von diesen Kanistern da habe, oder sonst was, ja, ähm, dann würde ich damit auch dann in der Nachbarschaft dann helfen, ja, jeder, jeder hilft sich, hilft sich, wo er kann, und so sollte das auch sein, ja, denn, ähm, nach allem, was ist, sind wir alle zivilisierte Menschen, und wir sollten helfen, wo wir nur können, ja, gegenseitig helfen, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, deswegen, ähm, zeigt auch gerne dieses Video hier, Freunden, teilt es mit Freunden, Verwandten, vielleicht auch mit Leuten, die, ähm, total am Rad drehen, aktuell, ja, vielleicht können die durch sowas hier auch ein bisschen beruhigt werden, ein bisschen runtergebracht werden, weil, ganz ehrlich, mit all dem, was ich euch jetzt hier in diesem Video gezeigt habe, ja, wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein kleiner Teil an Lebensmitteln, der jetzt hier steht, wir haben noch ein bisschen mehr, ähm, oder auch mit dem Wissen, wie gesagt, wie man diese Lebensmittel dann zubereiten kann, oder auch mit dem Wissen, dass es, ähm, dass die Lebensmittelversorgung aufrecht erhalten wird, ja, man wird weiterhin einkaufen gehen in den Supermärkten, nur halt eben, es dürfen nur so und so viele Leute rein, man muss vielleicht manchmal davor ein bisschen warten, mit einem gewissen Abstand zu der nächsten Person, und, 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 aber, ich sag mal, mit all diesen Sachen, hier auch nach diesem Plan, wird man hier durchkommen, ganz gut durchkommen, es wird kein Problem sein, ne, bleibt einfach ruhig, spielt ein paar Spiele, vielleicht mit eurer Family, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den Älteren, wenn ihr jünger seid, vielleicht da eher ein bisschen mehr Abstand halten, machen wir auch, meine Oma und ich, wir reden aktuell nur über den Balkon, oder über das Treppenhaus, oder halt, ne, mit gewisser Entfernung einfach, weil ich nicht möchte, dass sie, wenn ich vielleicht den Erreger in mir habe, dass ich sie anstecke, oder so, zumal, ihr wisst, ihr hört, ich, ich habe auch hier in dem Video ab und zu mal gehustet, ich, ne, weiß, ich weiß nicht, ob ich Corona habe oder nicht, ich weiß es nicht, zumal auch nicht alle getestet werden, ja, ich, ich war, äh, im Uniklinikum, ich hatte Fieber, ich hatte trockenen Husten, ich hatte keine, ähm, volle Nase oder sonst was, ja, aber ich hatte sonst, die restlichen Anzeichen von Corona, zum Beispiel hatte ich, wurde trotzdem aber nicht getestet, weil halt eben, äh, man aktuell, oder weil man zum, zum Zeitpunkt, als ich dort war, nur getestet wurde, wenn man nachweislichen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, oder, ähm, ähm, aus Italien, China, sonst wo gerade eingereist gekommen ist, dann wurde man getestet, wenn man zudem diese Symptome hatte, wenn man aber nur die Symptome von Corona hatte, wurde man, damals, als ich da war, das ist jetzt vor einer Woche gewesen oder so, äh, anderthalb Wochen her, wurde man nicht getestet, ja, ähm, ähm, aber auch das soll euch jetzt keine Panik machen, von wegen, oh Gott, es wurden ja gar nicht alle getestet, nein, das braucht euch gar keine Panik zu machen, denn, ähm, solltet ihr Symptome verspüren, oder, jemanden kennen, der Symptome verspürt, appelliert an seine Vernunft, appelliere ich an eure Vernunft, wenn ihr Symptome verspürt, ähm, verschreibt euch selbst Quarantäne, es muss doch kein Arzt euch sagen, bitte bleibt zu Hause, wenn ihr erkältet seid, und steckt keine anderen Leute an, oder, ne, generell, es, also eigentlich die ganze Situation spricht doch dafür, ihr müsst doch keinen Arzt oder sonst jemanden haben, der euch sagt, was ihr tun sollt, ihr habt doch gesunden Menschenverstand, ähm, selbst wenn ihr euch nicht krank fühlt, haltet Abstand zu älteren Menschen, es kann sein, dass ihr Corona habt, in euch, ja, den, den Erreger, und es nicht mal spürt, euch nicht mal, schlecht ist, euch, dass ihr keine, keine, keine spürbare Erkältung, oder sonst was habt, es gibt Menschen, deren Immunsystem ist so gut, die spüren davon nichts, haben aber den Erreger in sich, und können nach wie, weitere Personen dadurch dann anstecken, deswegen, haltet Abstand von älteren Menschen, haltet Abstand von kranken Menschen, das können auch jüngere Menschen, mit einer Herzerkrankung, oder sonst irgendwas zum Beispiel sein, versucht da einfach, den, den gewissen, Social Distancing, zu, zu wahren, haltet Abstand zu solchen Leuten, ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt mit denen über WhatsApp schreiben, ihr könnt mit denen über TeamSpeak, Skype, ne, solange Internet und alles noch geht, oder hier über Walkie Talkie, ihr könnt mit den Quatschen, alles tun und machen, gar kein Problem, aber ihr müsst ja nicht, mit denen rumknutschen, oder ihr müsst auch nicht, zwangsläufig mit denen, in einem Raum sein, da einfach, um die zu schützen, ja, wirklich einfach da, Vorsicht, und ich persönlich, wir haben das zum Beispiel, jetzt so gemacht, wir bleiben hier nur, im Haus, mit der Familie zusammen, ich habe Kontakt, zu meiner Frau, ich habe Kontakt, zu meinem Sohn, auch nahen Kontakt, weil wir waren alle gleichzeitig krank, und sonst was, und wir haben alle drei, keinen Kontakt zu anderen Personen, außer uns dreien, ja, dementsprechend, da, wir können nicht von außen, irgendwelche, ne, hier mit reinbringen, ja, wir gehen einmal am Tag spazieren, im Wald, wo wir niemanden treffen, niemanden, ja, und wenn wir aus dem Wald, wieder heimkommen, wird sofort, werden sofort die Hände desinfiziert, und andere Klamotten angezogen, das ist einfach so, ja, aber das sind so solche, solche Sachen, das, das sollte jeder eigentlich, natürlicherweise in sich drin haben, das ist doch, das sollte zum Überlebensinstinkt, irgendwie so ein bisschen dazugehören, einfach, den haben viele so ein bisschen, glaube ich, in der heutigen Welt verlernt, ich bin ganz froh, dass ich den noch, noch in mir habe, also schon allein wegen ganzen Angelgedöns, was ich halt auch ganz gern hin und wieder mal mache, ähm, ja, also, aber einfach, was ich, was ich unterm Strich euch sagen möchte, all diese Sachen, alles das, was ich euch jetzt mitgeteilt habe, sorgt bei mir persönlich dafür, dass ich beruhigt bin, weil ich, ich weiß, egal was passiert, ich bin vorbereitet, ich bin vorbereitet auf, auf alles, was jetzt so passieren kann, ähm, und brauche mir keine Sorgen zu machen, weder um mich, noch um meine Familie, und, ich, 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 das beruhigt ungemein, das ist so beruhigend, ähm, und deswegen kann ich auch nach wie vor, meine Videos über Technik und was weiß ich, hier auf dem Kanal weiterhin machen, äh, hier irgendwelche 3D-Drucker-Reviews, oder gestern habe ich hier das Review zu, äh, der, der Smartwatch hier gemacht, der, der Xiaomi MS Fit GTS, Smartwatch, ich kann das nur deswegen so beruhigt tun, weil ich weiß, dass egal was ist, ich bin vorbereitet, ich brauche mir keine Sorgen, für mich gibt es keine Hiobsbotschaften im Fernsehen aktuell, ja, wenn die jetzt sagen, Ausgangssperre, dann sage ich, so what, ich habe alles da, ist kein Problem, ja, wenn die sagen, der Virus ist schlimmer geworden, so what, ich habe alles da, ich kann, ich, ich kann, ich habe mein Bestmögliches getan, um mich vorzubereiten, ähm, ja, also, ich, ich bin gut vorbereitet, ja, ähm, und dadurch ruhig, und ich hoffe, dass euch, ähm, dass ich euch mit diesem Video vielleicht auch so eine Ruhe vermitteln konnte, klar, ich bin manchmal ein bisschen hektisch im Reden, ähm, ich rede auch manchmal ein bisschen viel, manchmal vielleicht auch ein paar Sachen, wo man in, wenn man es zuerst hört, so, wenn man noch nicht länger drüber nachgedacht hat, vielleicht ein bisschen Angst bekommen könnte, dass ich zum Beispiel gesagt habe, von wegen, ja, was ist, wenn kein Strom mehr ist, wenn kein fließend Wasser mehr ist, aber wenn man dann doch weiter drüber nachdenkt, mit den entsprechenden Lösungen, die ich jetzt hier vorgeschlagen habe, oder hier präsentiert habe, ähm, ist diese Angst auch sofort wieder weg, weil man, äh, weiß, okay, selbst wenn das eintreten würde, könnte ich das machen, um das hier auszugleichen, oder um dem entgegenzuwirken, ja, ähm, es gibt für jedes Problem eine Lösung, somit meiner Meinung nach keine Probleme, denn wenn es auf jedes Problem eine Lösung gibt, dann gibt es gar keine Probleme, denn die Probleme existieren somit schon gar nicht erst, weil es sowieso eine Lösung dafür gibt, ja, ähm, und so gehe ich auch generell durch die Welt, ich sage immer, das, meine Frau, die lacht abends zu, wenn ich das tue, aber ich sage immer, Probleme existieren nicht, wir Menschen machen Probleme erst zu Problemen, ja, denn auf jedes Problem existiert eine Lösung, und somit existiert das Problem auch gar nicht mehr, ich habe es, ich wiederhole mich gerade, aber ihr versteht, glaube ich, so ein bisschen, was ich meine, ähm, aber das ist generell so eine innere Einstellung von mir, bei mir ist das Glas auch immer halb voll, ne, man sagt ja Pessimisten, bei denen ist das Glas immer halb leer, oh Gott, ich habe nur noch, mein Glas ist nur noch halb voll, Mann, ich habe gar nicht mehr so viel zu trinken, bei mir ist das Glas, ich sehe, ich sehe alles positiv, ja, ich bin ein absoluter Optimist, ich sage quasi immer, ja, ich habe, ey, guck mal, mein Glas ist sogar noch halb voll, ich habe noch das halbe Glas voll, ja, ich bin halt einfach ein positiv denkender Mensch, und ich glaube, ähm, das ist auch eine sehr gute Eigenschaft, in der aktuellen Situation, in der aktuellen Lage, und, ähm, ich hoffe, dass viele von euch vielleicht ähnlich eingestellt sind, und wenn ihr ähnlich eingestellt seid, dass ihr den, den Pessimisten in dieser Gesellschaft ein bisschen, ein bisschen unter die Arme greift, auch mental, ja, dass ihr denen einfach mal sagt, hier komm, Sonne scheint doch noch, ja, da hast du noch genug trinken, dein Glas ist doch noch halb voll, sieh es doch mal positiv, ja, ähm, oder, keine Ahnung, versucht einfach den Menschen auch mental zu helfen, nicht nur physisch, sondern auch wirklich ein bisschen geistige Unterstützung bieten, wenn ihr das könnt. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, ich habe euch ein paar der Sachen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt, nicht alles, ja, nicht alles, äh, aber ein paar Sachen, wie gesagt, kriegt ihr auch im Supermarkt oder sonst wo, ähm, ich habe euch nicht alles verlinkt, aber so ein paar Sachen habe ich euch verlinkt, durchstöbert das gerne mal, zu Amazon, zu Ebay, ja, äh, sind die Sachen auch relativ schnell bei euch, schaut einfach mal beim Rewe, oder sonst welchen Supermärkten in eurer Umgebung, ob die vielleicht einen Lieferdienst anbieten, spontan unten über sämtliche weitere Tipps aus, äh, die vielleicht noch, äh, in Verbindung mit Corona vielleicht sinnvoll sein könnten, ähm, und natürlich auch abonnieren und Glocke aktivieren, dieses Kanals nicht verpassen, äh, nicht vergessen, ähm, kostet euch kein Geld und gebt mir einen großen Support, und ermöglicht es mir hier weiterhin, solche Videos für euch zu machen, ähm, ihr seht es, wie gesagt, mit diesem Video auch mal so ein bisschen abseits vom eigentlichen Thema des Kanals, aber, ich verspreche euch, wenn ihr jetzt diesen Kanal abonniert, werdet ihr weiterhin, ähm, solange es mir möglich ist, hier auf jeden Fall noch Technik-Reviews zu 3D-Druckern, zu Smartwatches, zu allem möglichen Kamera-Equipment, äh, und, 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 was ich halt alles so mache, zu Elektromobilität, äh, hier, äh, zu meiner Photovoltaikanlage mit Energiespeicher und so weiter, werdet ihr weitere Videos auf diesem Kanal finden, und auch natürlich immer informiert werden, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Vielen Dank.